So, herzlich willkommen zu wahrscheinlich viel mehr, als ihr jemals über ein Krokodil wissen wolltet, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil ich nämlich genervt bin. Es mag nämlich der Eindruck entstanden sein, ich wüsste nicht, dass in Panama sehr wohl kein Salzwasser- bzw. Leistenkrokodil oben links zu sehen vorkommt, stattdessen aber ein Spitzkrokodil ist hier gerade nicht zu sehen. So, und weil das offensichtlich so viele Leute falsch verstanden haben und scheinbar der Meinung sind, dass ich das nicht wüsste, bricht bei mir jetzt der innere Tüxen durch die Bauchdecke und macht blablabla, was so viel bedeutet wie er hält einen ganz langen Vortrag, um klarzustellen, dass er das sehr wohl gewusst hat und er viel schlauer ist als alle anderen. Und das klingt jetzt hochgradig arrogant, das ist nämlich das Erbe, mit dem ich leben muss, darum ist es auch der innere Tüxen, der meistens schön versteckt bleibt, aber hin und wieder dann eben aus der Bauchdecke bricht und vor sich hin sabbert. Und ja, vor allen Dingen Random-Informations, die eigentlich niemand gebraucht hat, in die Landschaft schmeißt, um ja den Eindruck zu erwecken, dass er gefälligst Recht hatte. Weil, wenn ich mal nicht Recht habe, dann labere ich meistens so lange, bis alle den Eindruck haben, dass ich Recht habe. Wie meine Frau immer so schön anmerkt, dann gebe ich mir einfach selber Recht, sagt sie immer, falls ich mal nicht Recht haben sollte. Gut, meistens funktioniert das, weil niemand Lust hat, so lange mit mir zu diskutieren, bis er sich am Ende herausstellt, dass ich tatsächlich nicht Recht hatte. In diesem Fall ist es aber so, dass ich wirklich ganz dringend mal klarstellen möchte, dass ich einfach nur ein Statement abgeben wollte zu der Krokodilart, von der der Sascha in Folge 2, Seven vs. Wild Panama gesprochen hat, nämlich das sogenannte Salzwasser-Krokodil. Nochmal hier oben links im Bild. Das gibt es in Panama nicht, bzw. es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass da eins aufkreuzt. Völlig ausschließen kann man das nicht, das kann man eigentlich fast nie, wenn es um die Natur geht. Und Möglichkeiten gibt es da nur sehr, sehr, sehr wenig. Es ist allerdings hochgradig unwahrscheinlich. So, und von diesem Salzwasser- oder Leistenkrokodil ist beim Sascha die Rede. Und das ist auch das, wovon ich in meinem entsprechenden Beitrag gesprochen habe. Dass es auch ein anderes Krokodil geben könnte in Panama, das ist auch der Fall. Das hat damit erstmal überhaupt nichts zu tun. Ich wollte einfach nur nicht mein gesamtes Pulver direkt verschießen, indem ich auf jede Krokodilart eingehe, die da möglicherweise in Frage kommt. Ich möchte auch nicht auf Pflanzen, die wir noch nicht gesehen haben, eingehen, nur weil die theoretisch auf der Winsel vorkommen, sondern eigentlich immer nur über das reden, was jeweils gerade zu sehen gewesen ist. Ein Krokodil ist jetzt zwar immer noch nicht zu sehen gewesen, aber da das so häufig eben falsch verstanden wurde und mir da das eine oder andere unterstellt worden ist, oder ich zumindest das Gefühl habe, dann reagiere ich üblicherweise damit, dass ich dann hinterher ein sehr ausführliches Video mache, damit auch ja klar ist, dass ich gefälligst Ahnung habe und niemand glauben könnte, dass ich das nicht habe. So, und ja, das ist also eben das Erbe meines Großvaters, ein sehr, sehr, sehr guter, wichtiger, bedeutender Botaniker, der allerdings eben in Anbetracht seiner Bedeutung trotzdem ein nicht besonders umgänglicher Mensch gewesen ist und daher eben auch dadurch aufgefallen ist, dass er, wenn man ihn genervt hat und er seine Meinung war, recht zu haben, relativ, ja, harsche und deutliche Worte in Form eines langen Vortrags, auch mit vielen wissenschaftlichen Fakten, keine Frage, gefunden hat, um eben klarzustellen, dass er doch recht hat. Ja, und hin und wieder bricht das dann aus mir hervor, so wie jetzt. Und das ist sicherlich ein charakterlicher Mängel meinerseits, aber das Resultat ist, dass ihr jetzt ganz viel zum Krokodil zu hören bekommt und wenn ihr da Bock drauf habt, viel Spaß. Und wenn nicht, ja, dann zwingt euch keiner dazu, ne. Also, damit legen wir los. So, und wo fangen wir an? Na ja, am Anfang. Dieses Vieh da, das ist möglicherweise ein Archosaurus rosicus aus dem obersten Perm. So, und was hat der jetzt bitte schön mit dem Krokodil zu tun? Na ja, eine gewisse optische Ähnlichkeit kann man möglicherweise erkennen. Allerdings hat er noch eine vorgestülpte Nase, die hat das spätere Krokodil ja nicht mehr. Die Zähne sind aber schon ziemlich krokodiltypisch, nämlich, Krokodile haben grundsätzlich nur immer ein und denselben Zahntyp. Sie haben keine morphologische Differenzierung unterschiedlicher Zähne, die dann auch unterschiedliche Funktionen einnehmen, wie das zum Beispiel beim Säugetier der Fall ist. Typischerweise der Fangzahn, Reißzähne, Nagezähne, also Spezialzähne, die besondere Formen, Funktionen angenommen haben im Gebiss einer spezialisierten Tierart, auf spezielle Dinge, wie zum Beispiel eben das Knacken von Nüssen, wo dann ein Nagezahn sehr praktisch ist, oder gar die Zähne des Bibers, die so groß und stark sind, dass er damit Bäume fällen kann. Also auch hier wieder eine ausgesprochene Spezialisierung der Zähne auf das Verhalten, beziehungsweise die Lebensweise des Besitzers. Das gibt es bei Reptilien selten, beziehungsweise meines Wissens fast gar nicht, und die haben alle im Mund immer denselben Zahntyp und den halt in unterschiedlicher Zahl letztendlich, ja, aber die unterscheiden sich morphologisch nur wenig. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo wir eine teilweise Unterscheidung morphologischer Art der Zähne haben, und die finden wir zum Beispiel bei Krokodilen oder Alligatoren, also den sogenannten echten Krokodilen oder Alligatoren, die im Maul einzelne Zähne haben, die einfach größer sind als die anderen. Aber trotzdem ist jeder Zahn einfach ein spitz zulaufender Kegel, letztendlich teilweise mit einer gewissen Krümmung nach hinten, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Tier hier, was kein Krokodil ist. Aber das kann man da schon mal grob erahnen, dass das eine Eigenschaft ist, die später die Krokodile auch haben werden. Zwar immer denselben Zahntyp, aber eben in der Größe variabel und übrigens auch in der Ausrichtung variabel. Bei einem Krokodil mit geschlossener Schnauze gucken, da ja so einzelne Zähne raus, was die nicht immer so ganz sympathisch aussehen lässt, so rein vom Lächeln her. Und das liegt auch daran, dass eben die Ausrichtung der Zähne aus dem Kiefer raus oder in den Kiefer rein auch ein bisschen variiert. Aber es bleibt immer derselbe kegelig-spitz zulaufende Zahn, der dafür gedacht ist, im Prinzip die Beute festzuhalten, mit dem man auch nicht kauen kann und der auch für pflanzliche Nahrung gänzlich ungeeignet wäre. Wenn man die dann verkauen wollen würde oder gar irgendwelche Blätter damit zermahlen, vergesst es. So, das bringt uns aber jetzt zurück nach dem kleinen Zahnexkurs. Da kommen wir dann nochmal drauf zurück auf dieses Vieh. Was das jetzt noch nicht hat, was ein Krokodil bereits hat, ist erstens eine deutlich nach oben gelagerte Nase. Die hängt hier ja eher runter. Das wäre, wenn du im Wasser drin hockst, eher unpraktisch, weil dann hängt deine Nase ständig im Wasser und du musst dauernd den Kopf ziemlich weit in den Nacken legen, damit deine Nase eben nicht im Wasser hängt und du vernünftig schnaufen kannst. Ja, denn Lungen wird dieses Tier hier auch schon gehabt haben. Außerdem hat es noch zwei Nasenlöcher. Also eins auf der rechten Seite, die wir hier gerade sehen. Auf der linken Seite befindet sich wahrscheinlich eben auch nochmal eins, wie sich da vermutlich auch nochmal ein Auge befindet. Und ein weiterer Unterschied zum späteren Krokodil ist, dass die Augenhöhle nicht über den Kopf erhoben ist. Das ist bei Krokodilen aber sehr wohl der Fall. Bei denen ist die Augenhöhle sehr weit nach oben gehoben, fast schon auf dem Schädel aufsitzend und gar nicht so sehr in den Schädel geschützt integriert. Das dient dazu, dass das Auge und die Nase eben gleichzeitig aus dem Wasser rausgestreckt werden können, ohne dass das ganze Krokodil gleich sichtbar ist und sich ein riesiges Tier trotzdem nur durch vergleichsweise kleine Äuglein und einem Nasenloch bemerkbar machen kann, wenn es mal eben so aus der Wasseroberfläche rausguckt beziehungsweise rausriecht, um zu schauen, ob da möglicherweise potenzielle Beute zu bekommen wäre. Also, das sind so Dinge, woran man jetzt unter einem Krokodil und diese Rekonstruktion beziehungsweise diesen Prototyp des Archäosaurus beziehungsweise Archäosaurus Rosicus eben schon mal ansehen kann, dass da gewisse Ähnlichkeiten herrschen. Allerdings hat er auch interessanterweise so ganz andeutungsweise Ähnlichkeiten mit anderen Tieren, die später eventuell evolutionär eine Rolle spielen könnten, nämlich auch diese längliche Kopfform vielleicht so andeutungsweise. Wenn wir den Schädel jetzt sehen würden, würde uns da auch gleich noch ein interessantes Merkmal auffallen, aber jetzt gehen wir doch einfach mal davon aus, dass der Zeichner dieser Rekonstruktion möglicherweise im Sinn hatte, dass diese komischen roten Dinger links oben im Bild bereits erste Federn vielleicht sein können und gar nicht so sehr Schuppen oder ein Hornkamm, der sich am Rücken dieses Tieres befindet, sondern möglicherweise bereits erste Federn. Und dann wären wir nämlich bei der anderen Tierart, die der Vorfahr, die von diesem Tier hier oder anderen Tieren dieser Art genau abstammt, nämlich beim Vogel. Und das bringt uns jetzt zu dem wichtigen, interessanten Indiz, dass Vögel und Krokodile mit Abstand am nächsten miteinander verwandt sind. Das Krokodil ist also deutlich weniger mit der Eidechse verwandt als mit der Amsel und umgekehrt die Amsel deutlich weniger mit der Eidechse als mit dem Krokodil beziehungsweise die Amsel auch viel weniger nah verwandt ist mit einem anderen warmblütigen Tier, das auf dem Planeten eine große Rolle spielt, nämlich dem Säugetier, sondern viel eher mit dem lieben Krokodil dann wiederum verwandt ist, das ein Kaltblüter ist. Ja, das ist ganz interessant und das liegt vor allen Dingen an folgendem Detail beziehungsweise daran kann man das am besten erkennen und für die Paläontologen ist das vielleicht auch der ausschlaggebende Faktor. Nämlich, wir gucken uns in der Evolution der Wirbeltiere eigentlich fast immer Schädel an. Schädel sind da das ganz Entscheidende und da habe ich einen für euch. So, und dieses Ding da in seiner ganzen von Wikipedia geklauten Schönheit, das darf man ja, die Quelle steht da unten und alles und so weiter und so fort und ich habe das jetzt einfach so übernommen, damit ihr eben auch die ganze schöne Beschriftung sehen könnt, das ist ein Triapsidenschädel und das ist eben der ursprüngliche, wahrscheinliche ursprüngliche Archosaurierschädel und damit der Schädel des gemeinsamen Vorfahrens diverser Viecher, die daraus entstanden sind, beziehungsweise Viechgruppen, aber von denen sind eben inzwischen alle ausgestorben bis auf zwei, nämlich einerseits die lieben freundlichen Vögel und die zumindest nicht so freundlich aussehenden Krokodile. Die sind beide ein direkter Nachkomme dieses Prototyps der Archosaurier mit dem Triapsidenschädel. Allerdings, das ist eine Weile her und von den drei Absiden, die diesen Schädel prägen, sind heutzutage eben nicht mehr allzu viele sichtbar, insbesondere im Vogelkopf, finden wir von denen gar keine mehr in vielen Fällen, beziehungsweise nur einen ganz rudimentären Rest von Öffnung M. Also das ist die zweite von links. Öffnung M, davon kann man bei manchen Vögeln eben noch ein kleines bisschen was finden. Das ist das Präorbitalfenster. Ja, das hat ein Krokodil allerdings nicht mehr, dafür hat es einen viel zu massiven Schädel, als dass es da Sinn ergeben würde, dass sich mitten in der Schnauze irgendwo so auf der Hälfte dieser langen Schnauze, die ein Krokodil aufweist, eben plötzlich so ein Loch befindet, wäre morphologisch ziemlich unpraktisch, war damals beim Prototyp des Archosaurier allerdings für irgendwas offensichtlich gut. Vielleicht war es zum Gewichtssparen, wir wissen es nicht, wir können es nicht mehr ganz rekonstruieren, es gibt aber interessante Theorien dazu. Jetzt habe ich Triapsidenschädel gesagt, zu deutsch, der hat drei Löcher. Oder drei, ja, Absiden kennen wir vom Zelt, wer schon mal gezeltet hat, aber in diesem Fall drei Öffnungen. Übrigens das Ding ganz links, das ist schlicht und ergreifend das Nasenloch und das Ding in der Mitte, oberhalb von J, das ist das Auge. Also das ist relativ sinnvoll, die beiden Dinge zu besitzen. Erstens mal ein Nasenloch und ein Auge, könnte hilfreich sein fürs Leben, voraussichtlich. P und QJ, wenn man so möchte, oder wenn man davon ausgeht, dass das die Löcher bei P und QJ sind, das sind allerdings eigentlich die Knochen, was da beschriftet ist, tut aber nicht so viel zur Sache, sind die sogenannten Schläfenfenster. Und ja, da gibt es normalerweise zwei davon, die haben auch ganz spannende, wissenschaftlich klingende Namen. Und damit will ich euch jetzt aber wirklich nicht nerven, ganz ehrlich, da bin ich auch nicht anatom genug, um das auswendig zu wissen und muss das auch jedes Mal wieder nachlesen. Aber ich habe mir zumindest mal gemerkt, dass es da diese zwei Schläfenfenster gibt. Und die, interessanterweise, die hat jetzt auch wieder unser Krokodil. Also wir finden beim Vogel einen Rest des Präorbitalfensters, also das Ding zwischen Auge und Nasenloch, und beim Krokodil dafür zumindest einen oder Ansätze von beiden Schläfenfenstern, die dann da vorhanden sind. Und da gibt es noch diverse andere Hinweise, die auf eine deutliche Verwandtschaft zwischen Krokodil und Vogel hinweisen. Natürlich auch, wenn man sich Fossilien anguckt, stellt man fest, dass Krokodile schon verdammt lange unterwegs sind, nämlich so ungefähr seit dem Devon. Wer jetzt nicht das Devon nicht zuordnen kann, das ist so irgendwo vor 400 Millionen Jährchen einzuordnen. Und ja, also lange, lange, lange her. Und ja, so, gucken wir uns doch mal spaßeshalb an Krokodilschädeln an, um da gewisse Gemeinsamkeiten feststellen zu können und gewisse Veränderungen. Ja, also das ist jetzt ein Schädel von irgendeinem großen Krokodil. Tut gar nichts zur Sache, welche Art das genau gewesen ist. Vielleicht ist es ein Salzwasserkrokodil, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht so exakt am Schädel erkennen. Steht lustigerweise auch gar nicht dabei. Tut aber auch nichts zur Sache, sondern wir gucken uns jetzt mal so die generellen Merkmale eines Krokodilschädels an. Zu den Zähnen hatte ich ja schon gesagt, das sind im Grunde immer dieselben Zähne, immer ein Kegel, der da unten in einer Öffnung im Knochen sitzt. Das heißt, die haben auch eine Zahnwurzel, so wie später auch die Säugetiere haben werden. Säugetiere gab es zu dem Zeitpunkt, als das Krokodil da unterwegs war, in der heutigen Ausführung zumindest jedenfalls noch nicht. Und das ist also eine interessante Gemeinsamkeit zu den Säugetieren. Die anderen Vertreter der Archosaurier, die heute noch leben, haben bekanntermaßen gar keine Zähne und wenn doch, dann jedenfalls nicht mit Zahnenwurzel. Während übrigens interessanterweise auch die sogenannten anderen Reptilien, eine Eidechse oder sowas, solche Zähne, wie sie ein Krokodil hat, in dieser Form nicht besitzen. Also das ist schon was Besonderes unter den, ich sage jetzt mal, echsenartig aussehenden Tieren. So ein Zahn wächst übrigens nach, circa einmal pro Jahr. Irgendwann wächst er nicht mehr nach. Man hat also schon sehr, sehr alte Krokodile irgendwann mal gesehen, deren Zähne tatsächlich bis auf, ja mehr oder weniger die Wurzel oder den Wurzelsockel abgerieben waren, einfach weil das Nachwachsen der Zähne irgendwann nachlässt. Aber so etwa 50 Zahnwechsel pro Loch sozusagen im Kiefer im Laufe eines Krokodillebens sind durchaus keine Seltenheit und soweit ist das nachgewiesen. Man weiß übrigens nicht hundertprozentig, wie alt ein Krokodil überhaupt wird. Das nur mal am Rande angemerkt, also in freier Wildbahn. Daher ist das auch gar nicht so leicht zu sagen, ob das reicht, 50 Zahnwechsel, ob das grundsätzlich denn das Todesurteil ist, dass die Zähne irgendwann nicht mehr nachwachsen und dass die kein nicht mehr so guter Jäger ist und dann daran an natürliche Todesursache sozusagen stirbt. Aber ja, schwer zu sagen. Das gibt es übrigens bei relativ vielen Tieren, dass irgendwann die Zähne einfach so weit abgenutzt sind, dass die sich nicht mehr vernünftig ernähren können und dann unter anderem auch daran dann wiederum zugrunde gehen. Egal. Jedenfalls so viel kurz mal erstmal zu den Zähnen. Dann haben wir ein sehr langes, auffallend langes, breites Maul. Das muss nicht zwingend breit sein, aber dieses große Maul des Krokodils weist vor allen Dingen erstmal so ein bisschen darauf hin, das ist recht unspezialisiert in der Art seiner Beute. Es ist ein großes, spitzzulaufendes Dreieck, was es aufklappen kann, womit es so ziemlich alles packen kann, was da irgendwie reinpasst oder eben auch nicht reinpasst, aber was man damit halt tot bekommen kann. Und damit kann man sehr vieles tot bekommen, wenn man sich das da mal so anguckt. Insbesondere, wenn dazu ein außerordentlich starker Körper und eine sensationell kräftige Nackenmuskulatur gehört, mit der es dann wunderbar Dinge, die es gepackt hat, die es auch nicht mehr loslässt, hin und her schleudern kann, bis diese Dinge dann eben tot sind. Macht also wahrscheinlich keinen besonderen Spaß, wenn man vom Krokodil gefressen wird, beziehungsweise das Fressen kriegt man nicht mehr mit, dass zu Tode geschüttelt werden. Das bekommt man ziemlich wahrscheinlich noch mit, zumal diese Zähne hier auch nicht ausreichen, die allermeisten Wirbeltiere, die das Krokodil so beißen wird, sofort instant zu töten, sondern lediglich eben festzuhalten, das ist alleiniger Zweck dieser Zähne. Und sie sorgen dann mit den Löchern, die sie in einer gebissenen Beute hinterlassen, wie so eine Trennlinie an irgendeiner Verpackung hier öffnen, die berühmte Perforierung zum besseren Aufreißen eines zum Beispiel Milchkartons oder sowas in diese Richtung. Das hinterlässt das Krokodil mit seinen Zähnen auch in seiner Beute. Eine praktische hier öffnen Reißlinie, an der dann beim Schütteln der entsprechenden Beute diese dann auch zerreißt und man dann arme Beine und was halt sonst noch so anfällt, separat voneinander verzehren kann. Schönes Thema, gell? Macht mir gerade richtig Spaß. Egal. Jedenfalls, das wäre zu den Zähnen beziehungsweise zum Kiefer zu sagen, aber da wir ja gerade eh beim Kiefer sind, guckt euch mal den Unterkiefer an, der hat da hinten noch so einen abstehenden Fortsatz, ganz rechts. Der dient dazu, dass man im Prinzip eine krassere Hebelwirkung mit den Muskeln am Kiefer zeugen kann, damit das Krokodil noch fester zubeißen kann. Heißt also, die Beißkraft eines Krokodils ist wirklich sensationell, sucht im Tierreiß seinesgleichen und wenn das mal zugebissen hat, dann gibt es eigentlich nichts, was irgendwie diesen Kiefer wieder aufbekommen könnte. Solange das Krokodil noch lebt, erst wenn es hin ist, dann gesteht möglicherweise die Möglichkeit, den Kiefer irgendwie wieder aufzubekommen, aber das dürfte relativ schwierig werden. Also das ist schon wirklich ein massives Maul. So, dieses Maul ist wie gesagt bei den meisten Krokodilen eher unspezifisch und weist darauf hin, dass sie ein sehr, sehr großes Beutespektrum haben müssen, weil sonst hätten sie ja im Laufe der Evolution ein spezialisierteres Maul ausgebildet, was sich für einen besonderen Beutetyp eignet. Beispiel hierzu kommt, hier haben wir nämlich einen munteren Ganges-Gevial, der sieht auch so richtig sympathisch aus, ne, dem möchte man doch so am nächsten Kindergeburtstag einladen. Ja, das wäre gar nicht so dramatisch, weil Kinder stehen nicht aus seiner Speisekarte, sondern Fisch. Darum diese lange, spitze Schnauze. Mit der lässt sich Fisch spezialisiert besser fangen, aber auch hier können wir wieder sehen, das hat ein und denselben Zahntyp, dieses sympathische Tier und ja, nur eben in der Größe wieder eine gewisse Varianz, wobei das bei den Gavialen gar nicht so stark ausgeprägt ist, dass die Größe der Zähne schwankt. Das ist bei den sogenannten echten Krokodilen oder bei den Alligatoren deutlich schöner zu sehen, dass das eben sehr stark schwanken kann. Damit haben wir übrigens auch gerade die drei Familien der krokodilartigen Tiere genannt. Die sogenannten echten Krokodile, wie zum Beispiel unser Leisten- oder Salzwasserkrokodil. Dann die Alligatoren, ja, wie der Alligator halt eben zum Beispiel und eben die Gaviale, wie der Ganges-Gavial. Und jetzt ratet mal, wo der wohnt, wenn der schon Ganges-Gavial heißt, ne. Ja, also so viel dazu. Und der hat jetzt eben innerhalb der Gruppe der Krokodil ist einer der wenigen mit spezialisierter Schnauze, der sich eben auf eine Futterart beschränkt. Der mampft also zum Beispiel kein Reh, sondern wirklich oder irgendein rehartiges Tier oder andere Säugetiere, sondern wirklich primär Fisch zu 99 Prozent, irgendwie sowas um den Dreh. Die Krokodile mit der breiten Schnauze, die fressen einfach alles, was da irgendwie reinpasst, hatte ich ja schon gesagt. Also die sind ausgesprochene Fleischfresser natürlich, aber auch ausgesprochene Alles-Fleischfresser sozusagen. Ja, was man hier beim Gavial übrigens auch ganz hervorragend sehen kann, sind die Augen, insbesondere wenn man das von uns aus betrachtet, rechte Auge, beziehungsweise vom Tier aus gesehen, linke Auge. Angucken können wir wunderbar diesen Höcker erkennen, mit dem sich das Auge vom Schädel nach oben hebt und wie weit oben am Kopf das Auge angeordnet ist. Im Laufe der Evolution der Krokodile ist es halt immer weiter nach oben gewandert und wer weiß, wohin der Trend geht, vielleicht hat es irgendwann mal Stielaugen und auch die Nase, also dieser Knubbel auf der Schnauze ganz vorne, sitzt sehr, sehr weit oben. Zusammen mit den Augen bilden die quasi eine Linie und wenn wir uns jetzt das Tier im Wasser vorstellen, das auch ein bisschen weiter unten im Wasser seinen gesamten, nicht gerade kleinen Körper versteckt und aus dem Wasser rausgucken, wirklich bloß die beiden Äuglein, die kann man auch aufgrund der Farbe wunderbar mit einem Stück Holz verwechseln und diese Nase, die mit dem Knubbel, das sieht eindeutig aus wie irgendeine Wurzel, die irgendwo aus dem Wasser herausragt oder ein Stückchen Treibholz oder sonst was. Jedenfalls würde man es auf den ersten Blick, so dass man nur diese Nase sehen kann, jetzt erstmal nicht für ein Krokodil halten und für das Krokodil ist es erstmal auch vollkommen ausreichend, dass nur die Nase aus dem Wasser rausragt, weil damit wird geatmet. Sehen muss es nicht unbedingt, es kann das Vorhandensein von Beute sehr wohl auch riechen, die haben eine hervorragende Nase. Grundsätzlich gilt im Tierreich, je länger die Nase, desto besser der Geruchssinn, meistens. Da gibt es so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel den Elefant, der riecht jetzt nicht sensationell, obwohl der so eine lange Nase hat. Aber, also er riecht schon genug und alles riecht mehr als wir, muss man ja auch dringend erwähnen. Aber, nichtsdestotrotz, haben wir hier wirklich einen ziemlich langen Nasenraum, der eben bis zum Gehirn vom Krokodil führt. Das ist also jede Menge Platz für Geruchszellen und da kann also klassisch gerochen werden. Das unterscheidet übrigens Krokodile auch wieder von vielen anderen Reptilien, wie zum Beispiel Schlangen, die über ihre Zunge riechen, die gar keine Geruchswahrnehmung über die Nase haben, sondern eben züngeln müssen, um Geruchsstoffe aus der Luft zu filtern. Und ein Krokodil muss das nicht. Das riecht sozusagen regulär, so wie wir uns riechen vorstellen, als Mensch. Ja, aber übrigens an der Stelle zurück zu unserem Schädel. Ja, aber bleiben wir noch kurz bei der Nase. Was man nämlich beim Ganges-Vertreter hier gerade nicht gesehen hat, ist tatsächlich, dass das Nasenloch knöchern, also das knöcherne Nasenloch, die Öffnung für die Nase sozusagen, im Skelett nur eine Öffnung darstellt. Ja, und das ist tatsächlich eine Gemeinsamkeit, die Krokodile mit den Säugetieren haben. Alle anderen Reptilien haben, also zumindest soweit ich weiß, mag sein, dass es da auch wieder eine Ausnahme von der Ausnahme gibt, das ist Biologie, da gibt es immer eine Ausnahme von der Ausnahme. Aber fast, mindestens fast, alle anderen Reptilien, sogenannten Reptilien, der Begriff ist heutzutage etwas überholt, aber dazu komme ich gleich noch, die haben zwei Nasenlöcher, zwei knöcherne Nasenlöcher. Und die sind also durchaus mit unterschiedlichen knöchernen Zugängen ausgestattet und sind auch plus minus ein Stück weit voneinander entfernt. Das Krokodil wiederum hat eben tatsächlich eine Nase, so wie wir die auch haben, und dass es dann möglicherweise auch zwei Nasenlöcher hat, die hier auch andeutungsweise im Nasenknochenloch zu erkennen sind, ist auch wieder rein durch Knorpel beziehungsweise durch Schuppen voneinander räumlich getrennt. Und ja, wie unsere Nase. Wenn man sich den menschlichen Schädel anguckt, ist da in der Mitte auch ein Loch und nicht zwei, die auf eben die zusammenhängende, ja, nur Knorpeltrennung unserer Nase hinweisen. Und was man sich an der Nase brechen kann, ist ja bekanntermaßen auch nur das Nasenbein, was man im Schädel möglicherweise auch noch eben erkennen kann. Ihr habt hoffentlich einen menschlichen Schädel vor Augen. Wenn nicht, guckt mehr Horrorfilme oder so ein Zeug, da kriegt man die häufig zu sehen. Oder Indiana Jones oder, ja, sucht euch was aus. Ist auch egal. Jedenfalls ist das eine Besonderheit. Das ist eine wirklich ganz besondere Sache. Und ein Krokodil unterscheidet sich eben in vielerlei Hinsicht von allen anderen echsenartigen Tieren. Ja, zum Beispiel dadurch. Und das geht jetzt noch weiter, die Besonderheit der Nase. Denn wir haben hinter der Nase bis zum mehr oder weniger Hirn, bis fast davor zumindest, in den Rachen des Krokodils durchgehend einen Nasenkanal beziehungsweise einen oberen Rachenraum, der knöchern abgeschlossen ist. Das heißt, es gibt eben eine knöcherne Unterteilung zwischen Mundraum und Nasenraum. Und erst hinten im Rachen kommen beide wieder zusammen. Und da gibt es dann einen Gaumen tatsächlich. Na, wie heißt denn das Ding? Ich überlege kurz. Sekunde. Gaumensegel heißt das. Ja, also dieses fleischige sogenannte Gaumensegel sorgt dann eben dafür, den Mundraum vom Nasenraum zu trennen. Und das ist jetzt insbesondere deswegen praktisch, weil, wenn das nicht ginge, dann könnte das Krokodil mit vollem Mund nur schlecht atmen beziehungsweise hätte dann durchaus Schwierigkeiten, gleichzeitig was im Maul zu halten und das Maul offen zu halten, während es versucht zu atmen, weil dann würde ja durch das Maul in den Rachen Wasser einströmen und dann könnte es nicht mehr atmen, weil der Rachen voller Wasser ist. So. Und das ist jetzt wirklich sehr praktisch, wenn man Krokodil ist, weil während man gerade was im Maul hat und es festhält, bis es hoffentlich ertrunken ist und man es dann endlich klein machen kann, um es zu verzehren, kann man weiterhin prima die Nase aus dem Wasser rausstrecken beziehungsweise die Nase in die Luft strecken, durch die Nase weiter schmaufen und muss nicht ersticken, weil das Maul gerade zum Beispiel auch voller Blut ist von der möglicherweise sich im Maul befindlichen Beute, die da alles zublutet und man dann am Blut ersticken müsste oder solche Späße. Also eine ganz, ganz praktische Lösung und interessanterweise haben das auch wieder sonst weitestgehend nur Säugetiere. Diese Nasenrachen, also Nasen- und Mundraumtrennung. Wir können den Mund voll haben und weiter durch die Nase atmen und genau das Gleiche kann ein Krokodil auch. Viele, viele andere Tiere können das eben nicht. Das ist was Besonderes, auch wenn das für uns selbstverständlich erscheinen mag. So, übrigens da hinten, ganz hinten rechts am Schädel sehen wir die beiden Schläfenfenster. Also für denjenigen, der sich mit Anatomie total toll auskennt, erkennt man hinter dem Auge sofort, dass das zwei Schläfenfenster sind. Für denjenigen, der sich nicht auskennt, ist da einfach ein Loch auf jeder Seite eins und das sind eben diese Schläfenfenster. Und jetzt erinnern wir uns an den Triapsidenschädel. Das ist das, was davon noch übrig geblieben ist. Das vordere Loch, das zwischen Nase und Auge, das müsste quasi jetzt mitten im Schädel liegen beziehungsweise mitten in der Schnauze und das würde einfach anatomisch überhaupt keinen Sinn an der Stelle ergeben. Außerdem hätte es für das Krokodil auch einen entscheidenden Nachteil, weil dann sein durchgehender, geschützter und separierter Nasenraum gar nicht mehr funktionieren würde. Der hätte dann ja links und rechts mindestens mal ein Loch. Wäre also blöd. So, also das sind so ein paar Besonderheiten, des Krokodilschädels und evolutionär gibt es da also spannende Verwechslungen beziehungsweise Verwachsungen mit dem Säugetier, das sich auch mehr oder weniger zu der Zeit interessanterweise entwickelt hat, allerdings mit dem Krokodil in keinster Weise verwandt ist. Ja, da gucken wir doch mal auf so einen lustigen Stammbaum. Den habe ich schon wieder von Wikipedia geklaut. Ich schlimmer Finger. Das ist einfach praktisch. Man darf das Zeug verwenden, ohne gleich irgendwelche Copyright-Probleme zu bekommen. Gut, Landwirbeltiere, oben links. Das ist die komplett große Gruppe aller Viecher, die auf dem Land so rumrennen und ein Innenskelett haben. Ja, wichtig. Ein Innenskelett, nicht ein Exoskelett. Dann wäre man zum Beispiel auch bei den Insekten oder Spinnen, den Arthropoden, den Gliederfüßern, den sogenannten. Egal. Jedenfalls Landwirbeltiere umfassen heutzutage noch die drei großen Gruppen Säugetiere, Diapsida, wenn man sie so nennen möchte oder Sauropsiden, werden sie auch häufig genannt und Lurche. So, und jetzt werden die meisten von euch, die ein bisschen älter sind, als gerade noch aktuell zur Schule gehend, wahrscheinlich aufhorchen und sich fragen, hey, Moment mal, da müsste doch jetzt Säugetiere, Reptilien, Vögel und Amphibien beziehungsweise Lurche stehen. Was ist da jetzt falsch? Warum sind die Vögel erst irgendwo unten rechts einzuordnet und die Säugetiere da oben? Was ist der ganze andere Krempel? Und was zum Geier sind jetzt Schuppenechsen? Warum sind die auf einmal, hä, und warum ist das alles unter Diapsida zusammengefasst? Also Verwirrung kann man nachvollziehen. Ich habe das auch noch so gelernt, dass es eben bei den Landwirbeltieren, also mal abgesehen davon, gibt es fünf Gruppen von Wirbeltieren. So habe es ich früher noch gelernt. Das ist auch die alte Systematik und die ist auch nach wie vor jetzt nicht völlig falsch und damit kommt man auch ganz gut durchs Leben, nämlich Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und dann gibt es noch die Knochenfische und dann haben wir die fünf Wirbeltier, Taxa, die es so gibt. Aber da wir uns hier auf Landwirbeltiere beschränken, können wir die Fische schon mal außen vor lassen, also insbesondere die Knochenfische, die Knorpelfische sind nämlich keine Wirbeltiere, jedenfalls nicht so, ja, kompliziert, Amniota, was zum Geier sollen denn bitte Amniota sein, weil das ist ja schon die Abzweigung, wo die Lurche eine Abzweigung nehmen. Wie unterscheiden sich jetzt also die Lurche beziehungsweise Amphibien von all den anderen Viechern, die hier noch so genannt sind? Na ja, die haben ein Ei, das Wasserbedarf, Bedarf. Das ist entscheidend. Ja, die Amniota sind die sogenannten Nabeltiere, die sich darin unterscheiden, von den Lurchen, dass sie komplett in ihrem gesamten Entwicklungszyklus vom Wasser unabhängig sind. Amphibien, alles Leben kam ja mal aus dem Wasser, so auch die Amphibien, das dürften die ersten Land, möglicherweise die ersten Landtiere überhaupt gewesen sein, die zwar erst mal aufs Land gegangen sind, aber nie die hundertprozentige Unabhängigkeit vom Wasser erreicht haben, weil sie eben für ihre Jungtiere, Froschleich, Molchleich, sucht euch was aus, nach wie vor noch Wasser benötigen und ein Larvenstadium besitzen, Kaulquappe oder einen jungen Molch, die noch Kiemen haben und erst später dann als ausgewachsenes Tier, Metamorphose, durchlaufen und dann erst eine Lunge quasi entwickeln, beziehungsweise die Ansätze davon sind schon vorher vorhanden, aber die Kiemen werden zumindest abgestoßen, blablub, kennt man aus der Schule, das ist auch vollkommen richtig und deswegen sind die Lurche tatsächlich durch ihre wassergebundene Lebensweise, weil sie den Schritt zu einem hundertprozentigen Landleben noch nicht gemacht haben, evolutionär, noch eine Stufe weiter weg, wie alle anderen Landtiere, die nur an Land leben und die nur an Land lebenden, die entweder durch eine Eierschale oder durch die Technik der Säugetiere, also sprich auf ein Ei wird weitestgehend, also zellulär gibt es ja schon noch ein Ei, die Eizelle, aber auf die wird weitestgehend verzichtet, in Form von Eier legend, sondern stattdessen eben schon lebende Jungen gebärend und diese dann säugend, wo wir dann die Charakteristika des Säugetiers ganz gut beschrieben hätten. Das ist also die Gemeinsamkeit der Amniota, wir legen Eier, die eine vor Austrocknung schützende Mechanismus, sage ich jetzt einfach mal besitzen, am einfachsten erklärt. Gut, und da wird jetzt eben unterschieden zwischen erstmal den Säugetieren und den Diapsida und die Diapsida, auch Sauropsiden wie gesagt genannt, sind alle Viecher, die in irgendeiner Form Echsenartig unterwegs sind und ja, da gehören auch die Vögel interessanterweise neuerdings dazu und das ist jetzt eben der Unterschied zu dem, was man früher in der Schule häufiger mal gelernt hat und zwar muss man da jetzt unterscheiden die Schuppenechsen und die Archosauria, die sich dann nochmal unterscheiden in die Vögel und die Krokodile und wer jetzt die Schildkröte hier gelesen hat und von der Schildkröte verwirrt ist, weil die an beiden Stellen vorkommt, einmal bei den Schuppenechsen als direkter Verwandter von denen und einmal bei den Archosaurier beziehungsweise den Archosaurier vorgeschaltet, nochmal also ein Stück weiter weg und ein Stück nochmal eigenständiger als zum Beispiel Vögel zu Krokodilen sind, das weiß man schlicht nicht, also die Evolution der Schildkröte ist noch nicht endgültig geklärt und wo die exakt einzuordnen ist, gilt einfach nach wie vor als umstritten, manche Leute meinen zwar es zu wissen, aber so richtig beweisen kann das derzeit noch keiner und tatsächlich wird eben heutzutage die Schuppenechse nicht mehr als Reptilien, als eigene Gruppe zusammen mit den Krokodilen in die Reptilien Schublade gestopft, sondern die Schuppenechsen, also alle Reptilien, alles was früher Reptilien waren, ausgenommen die Krokodile und möglicherweise also auf jeden Fall ausgenommen die Schildkröten, weil die wirklich noch mal ganz was anderes, lassen wir die Schildkröten einfach mal außen vor, es ist saukompliziert, ja, also die alle Reptilien außer Krokodilen sind die Schuppenechsen, die sind aber nur der eine Zweig, der Diapsida und die Archosauria, da steckt ja auch der Saurier im Namen drin, das sind eben nochmal unterteilt in Vögel und Krokodile, die, wie wir hier schön an der Verzweigung erkennen können, eben sehr eng miteinander verwandt sind. So, jetzt erklärt mich der eine oder andere für bekloppt, weil das bedeutet, wie man inzwischen weiß, die Dinosaurier, die sind überhaupt nicht ausgestorben, weil die waren ein Teil der Archosauria und der federtragende und später zum Flug Saurier mutierte Teil der Dinosaurier ist nichts anderes als die Vögel heute. Was bedeutet, dass die Vögel schlicht und ergreifend ein letztes Überbleibsel, das letzte Überlebende, nicht mit den Saurier verwandte überlebende Überbleibsel der Saurier sind, sondern die letzten Überlebenden Saurier darstellen, genauso wie die Krokodile. Also nach der momentanen modernen Taxonomie sind die Saurier also überhaupt nicht ausgestorben. Das könnte mal irgendjemandem erzählen, der vor 50 Jahren in die Schule gegangen ist. Der erklärt euch erstens verblöht und zweitens was soll man jetzt mit diesem Wissen anfangen? Ja, letzteres weiß ich auch nicht so genau, aber ich kann ein tolles Video dazu, also toll müsst ihr entscheiden, aber ich kann auf jeden Fall ein Video dazu machen. So, was jetzt übrigens noch fehlt, warum heißen denn diese ganze Gruppe der Reptilien in Anführungszeichen jetzt auf einmal Diapsida? Naja, weil das die Gruppe ist, die mindestens zwei Löcher im Kopf hat. Wir erinnern uns an den Triapsidenscheitel, also den Basisschädel der ersten Archosaurier. Die Archosaurier unterscheiden sich eben von den Schuppenechsen, also den heutigen anderen Reptilien sozusagen, darin, dass die Schuppenechsen tatsächlich nur zwei Absieden im Kopf haben und die Archosaurier, die haben tatsächlich dann auch diese drei Absieden im Kopf und deswegen wurde da eine Unterscheidung gemacht, in der Gruppe der Diapsida, mindestens zwei Löcher im Kopf habenden sozusagen, hat sich die Gruppe der von den wirklich tatsächlich zwei Löcher habenden von der Gruppe der doch schon drei Löcher habenden sozusagen abgeschnitten und unterscheidet sich jetzt einfach in Form der Löcher im Schädel und das ist evolutionsgeschichtlich tatsächlich offensichtlich so bedeutend, dass man eben diese Unterteilung jetzt so macht und nicht mehr so, wie wir sie noch in der Schule gelernt haben. Das noch mal kurz zur Aufklärung. So, und jetzt aber wirklich weiter. Ja, abschließend möchte ich jetzt bloß noch mal kurz auf den hier eingehen, den kennen wir ja schon, das ist jetzt also der gemeinsame Vorfahr von allen möglichen ausgestorbenen dinoartigen Viechern, zum Beispiel auch dem Flugsaurier, also der richtige Flugsaurier. Das ist ein Unterschied zum heutigen fliegenden Saurier, nämlich dem Vogel. Die sind gar nicht so nah miteinander verwandt, schon ein Stück weit, aber während eben der erste Vogel, der Archäopteryx, der zählt als Vogel, nicht mehr als Flugsaurier, eben heute noch weiterlebt, nicht ausgestorben ist und jetzt ein Vogel ist, ist der Flugsaurier, also das Ding mit den lederartigen Schwingen, ohne Federn, der ist mehr oder weniger tatsächlich, ne, was heißt mehr oder weniger, der ist ausgestorben. So, ja, gut, jedenfalls das Vieh da, das hat sich quasi in seiner Entwicklung, in seiner Weiterentwicklung nicht entscheiden können, ob es denn lieber weiter als reines Landtier leben möchte oder ob es nicht vielleicht lieber ins Wasser geht. Und jetzt wäre zum Beispiel vorstellbar, dass eine Gruppe von denen da irgendwie getrennt wurde, ja, das waren, sagen wir mal, 100.000 Stück und zwischen denen ist von mir aus ein Vulkan ausgebrochen, auf der einen Seite vom Vulkan war nur Land, da gab es weit und breit kein Ozean, auf der anderen Seite vom Vulkan, da war halt eben gerade direkt die Küste mit vielen Flüssen durchzogen und so weiter, so, und die Population von den 100.000 Viechern von dem da ist dann zweigespalten gewesen, eben in die Landpopulation, ist um den Vulkan nicht drum herum gekommen, an die Küste, musste sich also irgendwie ans Landleben gewöhnen und sich darauf besser anpassen, das Resultat, das einzige, was noch überlebt hat und noch nicht ausgestorben ist, sind die Vögel und die andere Gruppe, die war halt eher auf der Wasserseite und hat es eine gute Idee gefunden, in diesem Wasser nach Nahrung zu suchen und sich daran anzupassen und dass alles andere ist ausgestorben, aber das heute noch überlebende Resultat sind die Krokodile. So, das wolltet ihr alles nicht wissen, ist mir egal, ich habe es jetzt erzählt. So, aber jetzt noch ein paar Sachen zum Krokodil dann an solchens insgesamt. Wenn wir jetzt schon auf der Evolution so lange rumgeritten haben, dann müssen wir auch noch über die rezenten Vertreter der Krokodile sprechen, die sind nämlich unterteilt in drei Familien, die sehen wir hier, links haben wir eben die Gaviale, übrigens ging man bis vor Jahrzehnten davon aus, dass es nur einen einzigen rezenten Gavial, also einen einzigen noch lebenden, das waren mal mehr, gibt, nämlich den Ganges Gavial, den wir ja auch schon gesehen haben und hier übrigens auch noch mal sehen, inzwischen geht man allerdings davon aus, dass es möglicherweise auch zwei sein können, ist aber auch wurscht. jedenfalls in der Mitte haben wir dann den Alligator, der Alligator unterscheidet sich vom echten Krokodil unter anderem dadurch, dass der vierte Zahn, der längste Zahn, der beim Krokodil im Maul auch deutlich auffällt, der ist beim Alligator, wenn er das Maul zumacht, nicht sichtbar. So gesehen schaut so ein Alligator so rein lächelmäßig ein bisschen freundlicher aus, als das beim Spitzkrokodil hier rechts im Bild und das ist übrigens jetzt auch endlich mal unser Panama Krokodil der Fall ist. Sieht besonders unfreundlich aus. Also das sind so die wesentlichen Unterscheidungen. Es geht da eigentlich im Prinzip darum, die Verwandtschaftsverhältnisse und die Evolution der einzelnen Krokodile ein bisschen abzuklären. Ist für die Praxis vor Ort jetzt gar nicht so relevant, außer dass man natürlich sagen könnte, dass wahrscheinlich der Gavial evolutionär am jüngsten ist, weil er die größte morphologische Anpassung an seinen individuellen Lebensraum zeigt. So was braucht einfach Zeit. Der Alligator wahrscheinlich so irgendwo in der Mitte liegt, weil er sich schon erst ein bisschen morphologisch vom sogenannten echten Krokodil unterscheidet und das echte Krokodil rechts im Bild hat noch am meisten Ähnlichkeit mit dem vermuteten Urkrokodil beziehungsweise mit den fossilen Krokodil Funden, die man im Laufe der Zeit so gemacht hat, dürfte also evolutionär zumindest soweit ich das recherchieren konnte und weiß am ältesten sein. So, dann müssen wir noch zum restlichen Aufbau abseits des Schädels vom Krokodil was sagen und dafür nehmen wir jetzt mal irgendein Krokodil als Beispiel und zwar unser schönes Sumpfkrokodil hier, das hat sich da dankenswerterweise schön räkelnd hingesetzt, damit man es gut angucken kann. Das gehört zu den eher kleineren Krokodilen, aber die wesentlichen Merkmale sind trotzdem vorhanden. Zum Schädel haben wir ja schon irgendwann mal aufgeschnappt habe. Ein Krokodil könne nicht nach unten beißen, sondern macht den Maul nur nach oben auf und am sichersten bist du unter dem Unterkiefer des Krokodils, wenn du irgendwie mit dem Krokodil ringen möchtest. Also erstens du willst nicht mit dem Krokodil ringen. Zweitens ist Blödsinn, kann den Kiefer in beide Richtungen aufmachen und drittens die sind verflucht schnell und kriegen dich auf wenn du dich versuchst unter ihrem Unterkiefer zu verkriechen. Also das ist völliger Mumpitz, aber ja gut in der Theorie und vielleicht Kinder ganz interessant, die mit Krokodilen ringen wollen, zumindest wie gesagt in der Fantasie oder das Krokodil, das dauernd den Kassballe fressen möchte oder irgendwie beim Puppentheater. Ja jedenfalls das wollte ich noch kurz anmerken. Dann der Hals, der besteht wirklich die eben für den Kiefer benötigt wird, damit wenn es zubeißt, es wirklich auch nur einmal zubeißt und danach braucht es nicht nochmal zubeißen. Also dann ist das Ding gefangen, was dazu gebissen wurde und eben der Hals muss auch so stark und so dick sein, damit eben diese ruckartigen Bewegungen zum Schleudern, zum Totschleudern der Beute überhaupt möglich sind. Nichtsdestotrotz hat es in jedem Fall neun Halswirbel, jedes Krokodil hat neun Halswirbel, 17 Rückenwirbel und nochmal einen ganzen Haufen Schwanzwirbel. Weiß ich gerade nicht, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls spannend ist, diese 17 Rückenwirbel kann man im Regelfall daran erkennen, dass die meisten Krokodile pro Rückenwirbel ein Schuppenband haben. Also die Rückenschuppen mit den kleinen Bobbeles drauf, mit den kleinen Hornplatten, manchmal sind das auch Knochenplatten, die da rausragen, das kommt auf die Krokodilart an, Horn oder eben Knochen, jedenfalls sind diese Bänder der Schuppen mit diesen herausragenden Spitzen jeweils einem Rückenwirbel zugeordnet und davon gibt es 17 und wer nachzählen möchte, der kommt hoffentlich auf 17, wenn nicht, ist irgendwas schiefgelaufen bei dem Krokodil da, jedenfalls sind die immer einem Rückenwirbel zugeordnet, das ist ganz lustig. Krokodile heißen ja bekanntermaßen auch Panzerechsen, das liegt daran, dass tatsächlich ihre Struktur ziemlich den Eindruck erweckt, dass die recht robust sein könnten, das ist auch so, anders als viele andere Reptilien häuten die sich nie, nichtsdestotrotz haben sie aber eine innere Hautschicht, die nach außen immer neue Schuppen produziert und die älteren Schuppen werden dann einfach mit der Zeit abgerieben, um zu kompensieren, dass von innen dauernd neue Schuppen nachkommen. Außerdem wachsen Krokodile ein Leben lang, die hören damit nie auf, in der Jugend machen sie es schnell, im Alter langsamer, aber im Prinzip sind sie da wie Bäume, auch im Alter nur noch sehr langsames Größenwachstum, aber es findet immer ein statt, ein Krokodil kann also nicht leben, ohne gleichzeitig auch ein bisschen zu wachsen und auch immer wieder seine Schuppen von innen zu erneuern. Je kleiner das Krokodil, desto mehr Schuppenschichten summieren sich da im Lauf der Zeit, da für kleine Krokodile der Schutz vieler Schuppen auch schlicht notwendig ist. Die haben also als Abwehr tatsächlich ihre deutlich sichtbare Schuppenstruktur und ihren Panzer, der sie vor möglicherweise vorkommenden Fressfeinden, zumindest in der Jugend, beschützen soll. Also große Krokodile haben keine natürlichen Feinde. Wer soll sich denn an so ein Vieh ranwagen? Aber davon abgesehen, kleine Krokodile möglicherweise schon, da kommt dann der Schuppenpanzer eben als Abwehrmechanismus durchaus zu tragen und je kleiner das Krokodil, desto dicker ist im Anteil ich zum Krokodil der Schuppenpanzer. Warum ist das so? Na ganz einfach, wenn du ein Salzwasser-Krokodil bist, brauchst du keinen dicken Schuppenpanzer, weil die Schuppen, die du hast, sind schon dick genug und da reichen ein paar Schichten, da brauchst du nicht gleich 20 oder solche Späße. Also so viel grob zur Schuppung. Typisch ist übrigens auch, dass der Schwanz auch bei jedem Krokodil ganz anders als der ansonsten horizontal flache Körper, um sich im flachen Wasser gut verstecken zu können und auch die Beine, die sich eben seitlich neben dem Krokodil befinden, damit es eben auch wunderbar rumliegen kann und eben immer ein niedriges Profil hat und immer schön nah am Boden beziehungsweise im Wasser bleibt, um sich besser verstecken zu können. Ja, das ist eine morphologische Anpassung an die Lebensweise eines Krokodils als Lauerjäger in der Pfütze sozusagen. Trotzdem ist der Schwanz auf Fortbewegung ausgelegt und ist daher im Vergleich zu seinem Querschnitt eben eher hoch und ja eben nicht breit, sondern hoch. Ja, ihr seht es ja selber. Der dient als Ruder, schlicht und ergreifend. Ja, also wenn das mit dem Schwanz wackelt, dann hat es einen wunderbaren Antrieb und kann damit hervorragend schwimmen. Ja, und das sind so die wesentlichen Eigenschaften. Auch diese Randschuppen des Schwanzes oben, die dienen nochmal zusätzlich zur Vergrößerung der Fläche, die eben der Wasserfläche, die verdrängt wird, wenn das Krokodil mit dem Schwanz schlägt, um eben mehr Vortrieb zu generieren. Außerdem, alle Krokodile haben gemeinsam, dass sie vorne fünf Zehen haben, die drei mittleren Zehen haben jeweils eine Kralle, der kleine Finger sozusagen und der sozusagen Daumen, die haben keine Kralle, die sind einfach krallenlos. So, und am Hinterfuß das gleiche Prinzip, nur gibt es da nur vier Zehen und zwischen den Zehen befinden sich Schwimmhäute. Noch wird ein zusätzliches bisschen navigieren und vor allen Dingen so Feinjustierung beim Schwimmen. Für den Vortrieb ist allein der Schwanz verantwortlich. So, Krokodile sind übrigens ein bisschen weniger stark darauf angewiesen, sich erst aufzuwärmen, bevor sie einigermaßen flott unterwegs sein können. Ja, das kennt man von der Eidechse. Wenn man morgens irgendwo unterwegs ist, wo es Eidechsen gibt, sind die morgens relativ gemütlich unterwegs. Ist man im späten Nachmittag unterwegs und die haben die ganze Zeit in der Sonne gelegen, flitzen die regelrecht in der Gegend rum und man kriegt auch einfach weniger zu sehen, weil es einfach nur Husch macht und weg sind sie. Beim Krokodil, wie gesagt, das ist auch ein kaltblütiges Tier. Das heißt, seine Körpertemperatur entspricht der Umgebungstemperatur. Wenn es wärmer haben möchte, als die Umgebungstemperatur ist, muss es halt eine andere Umgebung aufsuchen mit einer höheren Umgebungstemperatur. Das ist für ein wasserlebendes Tier aber auch wirklich nicht so dringend notwendig, da eben gerade das Wasser in den tropischen Gebieten, wo Krokodile ausschließlich vorkommen, es gibt ganz, ganz wenige. Ein einziges, glaube ich, das so ein bisschen in die gemäßigte Zone vordrängt, wo es zumindest Ansätze von dem Winter gibt und das einigermaßen damit zurechtkommt. Aber im Regelfall sind Krokodile wirklich tropische Tiere, weil eben in den Tropen das Wasser auch angenehm warm ist und ihnen damit eine einigermaßen brauchbare Körpertemperatur ermöglicht, mit denen sie dann ganz gut klarkommen und ganz gut unterwegs sein können. Insbesondere können sie ganz gut unterwegs sein und sind sehr effiziente, ausdauernde Schwimmer, wenn sie das dann wollen, wenn sie das dann müssen, weil sie genau wie Vögel, da gibt es also wieder eine direkte Verbindung beziehungsweise eine direkte Verwandtschaft und dem anderen recht leistungsfähigen Tier mit einer hohen Stoffwechselgeschwindigkeit und großem Energieverbrauch, ein vierkammeriges Herz besitzen. Also die haben vier Herzkammern, genau wie wir. Also wie Säugetiere und Vögel. Das ist ein Hochleistungsherz, das eben auf deutlich schnelleren Stoffwechsel eigentlich ausgelegt ist, als das bei den Reptilien so ein Stück weit, also bei den klassischen Reptilien, Eidechsen und solche Sachen, der Fall ist. Und also ganz interessant, dass die Krokodile da besonders ausgestattet sind. Sie haben auch die Besonderheit, über zwei Aorten zu verfügen. Also nicht nur so die eine Aorta, die sich dann eben aufgliedert und dem ganzen Körper unterwegs ist, sondern gleich zwei davon. Das dient dazu, dass die eine Aorta separat im Prinzip das Hirn versorgt und die andere Aorta versorgt den Rest, insbesondere so die Muskulatur und solche Späße. Und das kann außerordentlich hilfreich sein, wenn das Krokodil mal vorhat, längere Zeit zu tauchen oder auch mal tiefer zu tauchen. Das mag ja auch mal vorkommen. Als Druckausgleich ist das sehr praktisch, wenn man zwei unterschiedliche Herz-Kreislauf-Systeme hat, sozusagen. Und zweitens kann es mit der einen Aorta viel Sauerstoff transportieren, sodass das Hirn immer gut versorgt ist und mit der anderen Aorta den Sauerstoffgehalt des Blutes auch deutlich reduzieren, weil es für Muskulatur, insbesondere wenn man sich langsam bewegt, wie ein Krokodil, wenn es gerade Zeit hat, dann kann da auch eben wenig Sauerstoff transportiert werden. Das kommt trotzdem zurecht, spart damit außerordentlich viel Luft beim Tauchen und kann also sehr, sehr lange unter Wasser bleiben, ohne Luft holen zu müssen, unter anderem durch dieses angepasste Aortensystem. Eine sehr, sehr, sehr besondere Anpassung dieser Tierart, auch wieder ein eindeutiges Zeichen dafür, die ist schon verdammt alt und hat das System Krokodil im Laufe der Jahrmillionen immer weiter perfektioniert und das ist eine der bestangepasstesten Tierarten für ihren Lebensraum überhaupt. Also jedes Krokodil sind unglaublich geschickte, faszinierende Tiere, vor denen man gehörigen Respekt haben sollte. Erstens, weil sie dich sonst fressen oder zumindest es können und zweitens, weil die Faszination absolut begründet ist. Das sind schon hochspezielle Lebewesen. Bei dem Bild hier kann man übrigens schön sehen, dass es sich hier um ein echtes Krokodil handelt. Echte Krokodile sind dadurch gekennzeichnet, dass der vierte Zahn, von der Nasenspitze ausgehend gezählt, immer nach oben ragt. Also der vierte Zahn ist ein Unterkieferzahn, der oben rausguckt. Das ist so das Charakteristikum, um zu sagen, das ist jetzt ein Krokodil und nicht etwa ein Alligator. Beim Alligator ragen nämlich die Zähne alle nach unten. Da gibt es keine Unterkieferzähne, die nach oben rausstehen, sondern die, ja, habe ich ja gerade gesagt, ragen alle nach unten. Hei, hei, hei. So, jedenfalls noch ein paar interessante Dinge zum Jagdverhalten von Krokodilen. Jedes Krokodil ist immer in irgendeiner Form ein Lauerjäger. Das bedeutet, sie haben verschiedene Strategien entwickelt, wie sie energiesparend irgendwo rumliegen und darauf warten, dass Beute vorbeikommt. Kommt dann Beute vorbei, bewegen sie sich schlagartig unglaublich schnell, allerdings nur über kurze Distanzen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja schon unsere spitznasigen Krokodiltypen kennengelernt. Die machen einfach nur das Maul zu, wenn der Fisch drin ist, sozusagen. Ja, und eben mit diesem spezialisierten, schmalen Maul bleibt der Fisch mit Sicherheit auch irgendwie drin hängen. Der muss dann mit ein paar Mal umbeißen gedreht werden, nachdem er totgeschüttelt wurde und er kann dann prima verschluckt werden und gut ist. Diese Technik wenden zum Beispiel auch die Salzwasserkrokodile an, dass sie einfach ihren geöffneten Maul in die Strömung halten und hoffen, dass von der Strömung einfach ein Fisch da durchgeschwemmt wird. Und dann haben sie wirklich sensationell schnelle Reflexe, um zuzuschnappen, sobald sich irgendwas im Maul befindet. Aber das sind so Spezialfälle. Im Regelfall wird das Krokodil tatsächlich, wenn es jetzt hier nicht gerade rumliegt und sich sonnt. Also wenn es auf dem Stein liegt, dann tut es das, um sich zu sonnen, um halt nochmal ein bisschen wärmer zu werden als die Wassertemperatur und richtig schöne, angenehme Körpertemperatur zu erreichen, um dann wiederum im Wasser rumzuliegen, wo es dann tendenziell wieder ein wenig abkühlt. Weil es hätte schon gerne sowas um die 30, 35, gerne vielleicht auch mal 38 oder sowas Grad Körpertemperatur. Darf auch noch mehr sein, soweit ich das weiß. Nur im Wasser erreicht es das halt nie, weil das Wasser selten 40 Grad hat. Es sei denn, es ist irgendjemand das Badewanne. Das soll auch schon vorgekommen sein. Jedenfalls dadurch die Sonnerei. Aber wenn es sich gerade nicht sonnt und sich im Wasser versteckt, ist wirklich dieses Nase aus dem Wasser halten, Augen aus dem Wasser halten, nach Beute Ausschau halten, nach Beute riechen. Wenn Beute da ist und Beute dem Krokodil zu nah kommt und das Krokodil Beute korrekt als Beute identifiziert hat, dann schießt es mit einem Schwandschlag, daher auch wieder der muskulöse und ordentlich für Vortrieb sorgende Schwanz und einer Absprungbewegung durch die Hinterbeine vor allen Dingen, wirklich blitzartig aus dem Wasser hervor, packt was auch immer da gerade was trinken wollte am Wasserloch und ja, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, schüttelt es tot, nimmt es mit ins Wasser und wartet bis es unter Wasser erstickt ist. die berühmte Todesrolle, die der Sascha auch bei Seven vs. White ganz gut beschreibt, dass es das Krokodil mit unter Wasser nimmt und sich dann am Boden irgendwo unter Wasser einfach dreht, damit die Beute nicht entkommen kann und so lange dreht, bis die Beute eben gestorben ist und dann vernünftig gegessen wird, äh Quatsch, ja, zerteilt wird, nachdem sie gestorben ist und es gibt tatsächlich auch, das ist auch kein Humbug, sondern das soll schon vorgekommen sein, eben einzelne Krokodile, die ihre Beute unter Wasser irgendwo festklemmen oder das zumindest versuchen, damit sie dann unter Wasser eben langsam auch ein bisschen zur Wasserleiche wird sozusagen und die Wasserleiche lässt sich erheblich leichter zerteilen, je nachdem, was das für eine Beute war, muss man die ja erstmal klein kriegen, weil man wird es schon vermuten können, kauen können Krokodile mit ihren reinen Festhaltezähnen nicht und damit kriegen sie, haben sie also wirklich Schwierigkeiten, ein sehr, sehr großes Tier, klein zu kriegen und dann zu schlucken. Denn, wenn ich kauen kann, muss halt alles in großen Stücken runterschlingen und für den Zweck gibt es übrigens auch Steine, die sie vorher gefressen haben, auch das erklärt der Sascha bei Serfen versus Wald vollkommen korrekt, die unter anderem vermuteterweise dabei helfen sollen, dann die Nahrung im Magen zwischen den Steinen so ein Stück weit zu zerreiben. Das ist die eine Vermutung, wofür das gut ist. Ich möchte mich dieser Theorie auch anschließen. Es gibt auch Theorien, die sagen, die Steine sind gar nicht dafür da, sondern das macht die Magensäure ganz von allein und zersetzt die Beute dann einfach mittels Säure und die Steine sind nur dafür da, damit das Krokodil besser unten auf dem Wasser, ja auf dem Flussboden, Meeresboden, je nachdem welches Krokodil es ist, am Grund liegen kann und weniger Auftrieb hat und dann nicht das Problem hat, ständig dafür sorgen zu müssen, dass es nicht aus Versehen zu weit hoch treibt, was es ja dann gar nicht möchte. Also diese Theorie gibt es auch noch. Ja, so, das dürfte es jetzt aber tatsächlich gewesen sein an allgemeinen Dingen, die man generell so zu Krokodilen sagen kann. Jetzt kommen wir dann zu dem einen Krokodil, was wir bei Panama finden können. Da würde ich dann auch noch auf die Fortpflanzung eingehen. Das ist auch noch eine ganz spannende Sache, aber da reicht es am Beispiel eines Krokodils, das anzugehen. Jetzt aber. Tatsächlich ist das jetzt hier das Spitzkrokodil und mit dem werden wir uns auch näher beschäftigen. Zu schlau, Crocodulus acutus heißt das gute Tier und zählt tatsächlich so zu dem Krokodil in Mittelamerika und hat eigentlich im Prinzip Panama, Mexiko, Stückchen noch Peru als südliche Verbreitungsgrenze und ja eben bis ganz Süd-Süd-Florida geht es dann auch tatsächlich in die USA rein. So natürliches Verbreitungsgebiet. Muss man allerdings dazu sagen, natürliches Verbreitungsgebiet ist häufig nicht tatsächliches Verbreitungsgebiet. So auch hier tatsächlich verbreitet ist es nämlich mehr oder weniger wirklich noch in Teilen von Mexiko, Teilen von Panama, geht so ein bisschen eben nach Südamerika rein und ist ziemlich selten geworden. Man schätzt offenbar den momentanen Bestand auf etwa 5000 geschlechtsreife Individuen. Das können sehr schnell mehr werden. Die haben eine ordentliche Fortpflanzungsrate. Wenn es dann klappt, kann aber auch sein, dass es eben sehr schnell weniger werden, zumal nicht abschließend geklärt ist, was dann bitteschön eigentlich die Gefährdungsursache ist, weil natürliche Feinde hat auch dieses Tier nicht, jedenfalls nicht in einem ausgewachsenen Zustand. Mögliche Punkte könnten sein, erstens die Bejagung, das ist wahrscheinlich ein ganz wesentlicher Faktor, denn Krokodile sind essbar. Das ist ein interessanter Punkt auch für die Seven vs. Weichler. Wenn sie ein Krokodil erlegen, würden sie sich schwer strafbar machen, hoffentlich auch in Panama, weil dass die bejagt werden, ist, wenn dann hochgradig falsch, schlicht und ergreifend. Das ist ein seltenes Tier, das sollte auf keinen Fall bejagt werden und schon gar nicht in einer Survival-Unterhaltungsshow letztendlich. Dafür muss auf keinen Fall ein Krokodil sterben, davon abgesehen, dass die Kandidaten schön blöd werden, wenn die tatsächlich versuchen würden, ein Spitzkrokodil tot zu bekommen, denn die werden immerhin auch manchmal bis zu 4 Meter lang und man soll wohl auch schon deutlich größere Männchen gefunden haben, die bis zu 7 Meter lang gewesen sind, wobei, das ist wie mit dem Fisch, jedes Mal, wenn der vom Fisch erzählt wird, wird der Fisch jedes Mal bei der Geschichte wieder größer, also wenn Angler vom Fisch erzählen. Also 5000 erwachsene Tiere und eben Hauptgründe für die Bedrohung, wie gesagt, Bejagung als essbares Tier, aber selbstverständlich auch für Krokodilszähne, für Krokodilsleder, solche Späße, mit denen man enorm viel Geld verdienen kann, was alles nicht passieren sollte, was aber nun mal passiert und auch das Erlebnis, einfach mal ein Krokodil gekillt zu haben, ist ja auch für viele Leute Grund genug, in solche Gebiete zu reisen und auf Krokodiljagd zu gehen, ist alles schlimm, schlimm, schlimm und das meine ich jetzt ohne jede Ironie, sondern das ist tatsächlich schlimm, ich kann dem auch überhaupt nichts abgewinnen. Ja, ansonsten wird der Lebensraum zum Teil ein bisschen knapp, weil natürlich immer mehr Urbanisierung der Gebiete, wo es potenziell vorkommen wollen würde, heißt, da wohnen Leute, da hat es keine Ruhe, die Leute versuchen, das Krokodil, sofern es da auch wohnen möchte, dann auch zu vertreiben, erfolgreich, dann haut es auch ab und muss halt woanders hin ausweichen, wo keiner ist. Damit wird der Platz einfach ein bisschen knapper. Und da, wo selbst niemand wohnt, da kann es ja immer noch Aquakulturen geben, die auch immer mehr eine Rolle spielen, das auch müssen. Aquakulturen sind in vielerlei Hinsicht eine gute Sache für die menschliche Ernährung, aber für das Krokodil nicht so schön, weil dann ist da wieder nicht so gut sein. Straßenbau soll ein Thema sein, der Klimawandel und invasive Arten. Dass es wärmer wird, dürfte dem Krokodil ziemlich schnurzpiepegal sein, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es das wirklich irgendwie stört. Hingegen sind die Veränderungen bei der Niederschlagsverteilung in der Landschaft sehr wohl ein Thema, weil wenn mal die Niederschläge weniger sind, als sie eigentlich sein sollten und das komplette Verbreitungsgebiet dieses Krokodils befindet sich eben nicht in den immer feuchten Tropen, sondern in dem mit einem gewissen wechselhaften Klima, mit Regen- und Trockenzeit. Und wenn in der Regenzeit eben das Wasser ein wenig ausbleibt oder die Krockenzeit ein bisschen zu lang wird, dann geht dem Krokodil das Wasser aus, in dem es sich verstecken kann. Dann kann es auch weniger weit hoch die Flüsse rauf, was es normalerweise gerne tut, eben hoch, und ist dann eben auf den Mündungsbereich angewiesen. Die Brackwasserzone zwischen Salz und Süßwasser, da kommt das gut zurecht, aber insgesamt sinkt damit einfach die potenzielle Verbreitungsfläche, weil weniger tief genuger Fluss zur Verfügung steht, wenn weniger Wasser da ist, auf gut Deutsch. Also das sind alles so Faktoren, die hier vor allen Dingen den Standardgrund für den Rückgang einer bestimmten Spezies darstellen, nämlich Verlust von Lebensraum. In den allermeisten Fällen, wenn eine große, schöne, besondere Tierart, wie jetzt zum Beispiel auch so ein Krokodil, dass das schon irgendwo ein tolles Tier ist, ich hoffe, da sind wir uns einig, selten wird, es ist ganz häufig so, dass es einfach am Lebensraummangel liegt. Und ja, 5000 Tiere ist definitiv bedrohlich. Man muss bei sowas wie dem Krokodil davon ausgehen, dass etwa 1000 Tiere Minimumanforderungen an einen reproduktionsfähigen Bestand sind. So gesehen sind wir noch nicht kurz vorm Aussterben, aber bei definitiv gefährdet. Gut, und so sieht es auch die IUCN. Da ist nämlich der Status auf der internationalen roten Liste der gefährdeten Arten bei Vulnerable, also gefährdet, verletzlich gelistet. So, ne? Gut, also, soviel erstmal zu diesem Status. Dann muss man, Krokodil, habe ich ja schon gesagt, ungefähr so 4 Meter. Die Männchen, Weibchen, deutlich kleiner, vielleicht 3 Meter, wird auch sicherlich mal eins mit nur 2 Metern geben. Das kann also potenziell, da ist auch eine große, große Spielbreite der maximalen Größe dieses Krokodils möglich. Auch das Verbreitungsgebiet ist ja durchaus groß. Auch da gibt es eben Unterschiede, ob da gerade die Großen oder die Kleinen wohnen. Aber, sagen wir mal so, es kann so groß werden, dass es theoretischen Menschen durchaus kaputt bekommt. Insbesondere einen kleinen Menschen, sprich Kinder. Und das ist auch schon vorgekommen. Meines Wissens gab es da einen Fall, der recht prominent ist und den man immer mal wieder lesen und auch hören kann und der auch häufiger mal in die Kommentare geschrieben wurde, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Also, nehmt es mir nicht übel, aber es war nur bei manchen Kommentaren ein bisschen der Unterton, der jetzt dieses Video provoziert hat. Jetzt klingelt es. Ja, zurück zu den potenziell gefährlichen Situationen für Menschen. 2014 gab es einen bekannten Angriff in Florida. Da wurde ein nachts badendes Pärchen gebissen und leicht verletzt. Das heißt, das ist mehr oder weniger eine Verwechslung gewesen. Ich beiß mal rein, weil könnte Beute sein. Hm, ist wohl doch irgendwie ein bisschen zu größer gewesen als erwartet vom Krokodil. Und dann hat es halt wieder losgelassen, weil war dann vielleicht doch irgendwie ihm nicht ganz geheuer. So darf man das immer vermuten, dass das in etwa abgelaufen ist. Und in Lateinamerika gab es auch hin und wieder mal Todesfälle. 2015 ist wohl der letzte gewesen. Da wurde ein 7-Jähriger von einem Krokodil getötet. Das müsste auch ein solches Spitzkrokodil gewesen sein. Auch da wahrscheinlich nicht unbedingt absichtlich. Aber das sind halt universelle Karnivoren. Heißt, die nehmen das, was sich ihrem Wässerchen nährt und was sich ihrem Ort, wo sie auf Beute liegen, nährt und beißen da einfach mal rein. Außerdem hat so ein Krokodil nicht unbedingt gelernt, dass es viel zu befürchten hat, wenn es einfach mal reinbeißt. Weil mit der Panzerung, wir sehen hier ja die schönen Schuppen auf dem Rücken, der Tatsache, dass es sogar Bauchrippen besitzt. Also selbst der Bauchraum ist quasi mit Knochen gepanzert. Und das komplette Tier ist also wirklich ziemlich schwer kaputt zu bekommen. Da kommst du auch mit einem Messer so einfach nicht rein. Und selbst wenn, ist es deswegen ja noch längst nicht tot. Und ja, also das ist schon durchaus ein gefährliches Tier. Das muss man der Ferne salber so sehen. Und gerade diese immer mal wieder vorkommenden Todesfälle bei Kindern, jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, das ist eine Region mit einem Haufen Straßenkinder, mit einem Haufen Obdachlosenkinder, die ja teilweise auch einfach wirklich mehr oder weniger in Slums leben und solche Sachen. Da kennt man ja leider sehr schlimme Bilder aus Mexiko. und wenn da mal welche verloren gehen, erstens interessiert das viele Leute scheinbar gar nicht und zweitens liegt das auch irgendwo ein bisschen nahe, dass dann da einfach eine andere Gefährdungssituation herrscht, weil die Kinder eben anders leben, als das bei uns der Fall ist. Das muss man auch dazu sagen. Ja, aber Fälle, wo Erwachsene von diesen Krokodilart angegriffen werden, die sind doch sehr, 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 sehr selten. Ja, das heißt nicht, dass man das ausschließen kann, aber doch sehr selten. So, und das in Kombination mit der Tatsache, dass es davon bloß noch circa 5000 gibt, Erwachsene, nur die könnten potenziell gefährlich sein, macht die Chance, dass so ein Krokodil auf der Sieben-gegen-Wild-Insel auftaucht, relativ gering. So, in dem Moment, wo ich das sage, sehe ich schon Hände tippen, dass das im Making-of ja gespoilert wurde, beziehungsweise man da Krokodile sieht und ja, das ist so, aber das ändert nichts dran, dass man als Wissenschaftler sagen muss, dass die Chance, dass da Krokodile auftauchen, trotzdem sehr, sehr, sehr gering ist. Es ändert ja nichts an einer Wahrscheinlichkeit, wenn diese mal zutrifft. Deswegen ist sie trotzdem gering und es ist halt tatsächlich ein zufälliger Zufall, ein unwahrscheinlicher Zufall, dass das Making-of-Team beim Auskundschaften der Insel am Otto-Spot tatsächlich Spitzkrokodil gefunden hat. Und das kann eigentlich nur Spitzkrokodil gewesen sein, auch wenn man das nicht so hundertprozentig sieht, was das jetzt genau für eins ist. Also zumindest, wenn es ein natürlich vorkommendes Krokodil gewesen ist, theoretisch wäre auch ein anderes ausgesetztes Krokodil potenziell möglich oder ein neues invasives Vorkommen von irgendeinem anderen Krokodil, was da neuerdings vorkommt und das weiß noch keiner. All sowas sind potenziell Möglichkeiten, aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist es tatsächlich das Spitzkrokodil gewesen. Und jetzt aber auch nochmal ganz, ganz wichtig, um das Thema dann auch abzuschließen und noch drei, vier Dinge zum Krokodil selber zu erzählen. Nur weil das jetzt eben mal da gewesen ist, beim Erkunden, beim Scouten für den Spot, bedeutet das nicht zwingend, dass das Krokodil immer noch da war, als der Otto da unterwegs war. Im Gegenteil, das ist hochgradig unwahrscheinlich. Die bleiben nicht ewig lange am selben Ort und haben ziemlich große Gebiete, in denen sie unterwegs sind. Und außerdem ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Insel eine permanente Krokodilpopulation hat, weil sie dafür einfach ein bisschen zu klein ist. Das reicht einfach vom Lebensraum für eine größere Population an Krokodil nicht aus. Und da die sich ja auch fortpflanzen wollen, die Männchen, die Weiblein beeindrucken, zu versuchen und dann eben ein Männlein, das stärkste Männlein weit und breit, was sich auch durchaus teilweise kämpferisch gegen andere Männchen durchsetzen muss, eben dann alle Weiblein bekommt. Das ist so ähnlich wie beim Rotwild zum Beispiel. Der stärkste Hirsch kriegt alle. Hier kriegt das stärkste Krokodil alle. Ja, das bedeutet, es muss eine gewisse Mindestpopulation da sein, damit ein gewisser Fortpflanzungserfolg gesichert ist. Es müssen auch genügend männliche Tiere für die Weibchen da sein, damit sich auch ja das stärkste männliche Tier durchsetzt. Die Weibchen haben auch Interesse daran, dass sich das stärkste männliche Tier durchsetzt, weil nur so es gewährleistet, dass dann auch die allerbesten Gene für die Erzeugung der eigenen Eier sozusagen zur Verfügung stehen, weil nur der stärkste Männchen lässt sozusagen die besten Eier legen, in Anführungszeichen. Ja, und da es nachweislich keine standortheimische feste Population des Spitzkrokodils auf der Insel da gibt, Isla San Jose, so heißt sie ja, genau, kann man davon ausgehen, dass die nur kurz zu Besuch gewesen sind und dann wieder abgehauen sind. Die Chance, dass die noch da sind zu dem Punkt, wo die Zeit, als der Otto da auf der Insel ausgesetzt wurde, ist sehr, 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 sehr gering. Wenn wir trotzdem noch ein, zwei Autos Aufnahmen zu sehen bekommen, dann ist das einfach unglaublich unwahrscheinlich, das heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht mal zutreffen kann. Ja, wir wissen hoffentlich alle, wie Wahrscheinlichkeiten funktionieren, nur dass die niedrig ist, heißt nicht, dass es nie passieren kann, dann ist es aber ein sehr unwahrscheinliches Ereignis gewesen, das mal zugetroffen hat. Beim Lotto, im Lotto zu gewinnen ist auch unwahrscheinlich, hin und wieder tut es trotzdem mal einer. So, und damit zurück zum Krokodil. Da wir es eh schon von der Paarungszeit hatten, wie gesagt, die leben im, ja, das stärkste Männchen setzt sich durch, begattet dann ein paar Weiblein, die Eier werden dann im Krokodil befruchtet bei der Paarung und das Krokodil sucht sich dann eine schöne Stelle, wo es denn seine Eier legen möchte. Man hat beim Spitzkrokodil schon beobachtet, dass sich teilweise mehrere Weibchen zusammentun und ihre Eier gemeinsam in ein Nest legen. So ein Nest ist im Wesentlichen eine Sandkuhle, die allerdings vorher mit Pflanzenmaterial ausgepolstert wird, bevor die Eier reingelegt werden und hinterher wird sie wieder zugeschüttet. So, warum zum Geier Pflanzenmaterial ist der Sand nicht weich genug? Das wäre überhaupt kein Problem. Weil Krokodile, die sind ja, das haben wir ja in der Definition und in der Evolution von Krokodilen geklärt, Tiere, die Eier legen, die vom Wasser unabhängig sind. Das heißt, die müssen eine vor Austrocknung schützende Schale haben, genau wie Vogeleier, die brauchen auch keinen direkten Kontakt zum Wasser und können nicht austrocknen durch eine harte Kalkschale und genau das haben Krokodileier auch. Die sind also fest und sind nicht darauf angewiesen, besonders behutsam behandelt zu werden. Die haben eine gewisse Stabilität. Das eingetragene Pflanzenmaterial dient also nicht als Gemütlichkeitshilfe und als Polsterung vielleicht auch, aber primär dafür, dass das Pflanzenmaterial, nachdem es zusammen mit den Eiern unterm Sand verscharrt worden ist, langsam anfängt zu gären und bei der Gärung energiefrei wird, auf gut Deutsch, es wird da warm unterm Sand. So, und jetzt ist es für Krokodileier ganz, ganz entscheidend, welche Temperatur die Eier haben, bei der sie ausgebrütet werden. Und zwar unterscheidet man da zwei Temperaturen, die muss ich jetzt gerade nochmal nachlesen. Ja, und zwar bei Temperaturen unter etwa 30 Grad, ein bisschen drunter, nicht viel drunter, irgendwann klappt es gar nicht mehr, eine gewisse hohe Temperatur ist schon erforderlich, werden sämtliche geschlüpften Krokodile weiblich sein und bei Temperaturen von 34 Grad und ein bisschen drüber, viel mehr drüber ist selten der Fall, dann werden alle geschlüpften Krokodile männlich sein. Dass aus einer Brut Männlein und Weiblein hervorgehen, funktioniert nur dann, wenn es ein großes Gelege ist, übrigens 20 bis 80 Eier, je nach Krokodilart, wie viel das Spitzkrokodil legt, habe ich leider nirgendwo rausfinden können. Aber zwischen diesen 20 und 80 Eiern, je nachdem wie tief die eben unterschiedlich verbuddelt sind, ist es unten wärmer und oben kühler oder umgekehrt und dann kann es mal vorkommen, dass aus einer Brut eben männliche und weibliche Tiere entstehen. Denn, warum ist das möglich? Warum kann das funktionieren mit der Temperaturabhängigkeit der Brut? Naja, weil Krokodile schlicht und ergreifend kein Geschlechtsgen haben, also die haben kein XY-Chromosom, wie wir das kennen, wo du, wenn du das Y-Chromosom hast, halt ein Männlein bist und wenn du es nicht hast, dann bist du halt ein Weiblein. So etwas gibt es bei Krokodilen nicht, sondern wirklich die Temperatur bei der Embryonalentwicklung im Ei setzt dann die entsprechenden Hormone frei, die dann für eine weibliche oder männliche Entwicklung der Geschlechtsteile sorgen. Das ist relativ praktisch, das heißt, dieses Krokodilweibchen kann sich im Grunde aussuchen, ob es gerne Männlein oder Weiblein haben möchte. wenn es viel Gärmaterial in sein Loch reinschmeißt, dann gibt es Männlein bei wenig, tendenziell eher Weiblein. Praktisch. Übrigens betreiben Spitzkrokodile eine gewisse Brutfürsorge, das ist auch selten und bei anderen Reptilien, wenn man das Krokodil jetzt Spaß ist, aber einfach nochmal kurz klassisch dazuzählen, kommt das auch nur ganz, ganz selten vor, dass die sich mal um ihren Nachwuchs kümmern. In den meisten Fällen werden Eier gelegt und in dem Moment, wo die Eier gelegt wurden, gehören eigentlich die Jungtiere sich selbst und kümmert sich keiner drum und sollen gucken, wie sie klarkommen. Krokodile häufig, viele Krokodilarten, darunter auch das Spitzkrokodil, bewachen das Nest, bleiben also in der Nähe, beobachten das Nest und gucken, dass da niemand kommt, um das Nest auszuräumen. Wenn doch jemand kommt, um das Nest auszuräumen, dann wird der effizient vertrieben. Und wenn die Jungkrokodile geschlüpft sind und sich da aus dem Sand rausbuddeln, kommt es auch häufig vor, dass die Mütter sie dann ins Maul nehmen und im Maul ins Wasser transportieren, damit sie dann halt eben den Weg von Strand oder Sand, welcher Sand auch immer das ist, wo sie geschlüpft sind, bis ins Wasser auch überstehen, ohne entsprechend gefressen zu werden von, ja, wer auch immer kleine Krokodile gerne frisst. Das sind viele. Ja, also die haben außerordentlich viele Feinde im Jungstadium, weil so ein Mini-Krokodil, das schmeckt gut und das kann sich nicht wehren, spricht also nichts dagegen, das zu mampfen, die 4-Meter-Variante, vielleicht lieber nicht. Ja, und das ist also wirklich eine interessante Sache im Reich der Echsenartigen Tiere, dass die eben auf ihren Nachwuchs ein Stück weit aufpassen. Das kann sogar noch ein bisschen weitergehen bei Alligatoren, die sogar noch eine gewisse Zeit über das Schlüpfen hinaus sich um ihren Nachwuchs kümmern, aber das tut unser Spitzkrokodil nicht. Und auf dasselbrige wollen wir uns ja ein bisschen konzentrieren. So, und jetzt ist mir zum Spitzkrokodil tatsächlich auch schon nichts mehr eingefallen. Dafür habe ich noch eine kleine Anti-Krokodil-Checkliste vorbereitet. Das ist das Resultat von ein bisschen Recherche in verschiedenen Survival-Büchern. Das deckt sich, sofern da zum Krokodil überhaupt was drinsteht. Alles relativ stark miteinander. Das scheint wohl so mehr oder weniger hier die universelle Vorgehensweise zu sein. Ich hätte sie jetzt noch ein kleines bisschen ergänzt und versucht das Ganze ein bisschen unterhaltsam vorzutragen. Also, zunächst mal muss man wissen, dass quasi alle Krokodilangriffe am Wasser oder im Wasser stattfinden. Die gehen selten weiter an Land und beißen da einfach jemanden. Das könnten sie zwar, insbesondere die ganz, ganz großen. Das ist aber nahezu ausgeschlossen. So, dann sind Krokodile meist nachtaktiv, beziehungsweise sie jagen zumindest überwiegend nachts und insbesondere in der Abenddämmerung kommt das sehr häufig vor, handelt es sich also einfach um einen prädatorischen Angriff. Dann ist der eher nachts zu erwarten. Wer nachts schläft, der hat da ein deutlich reduziertes Risiko. Muss ich kurz erklären, was ist ein prädatorischer Angriff? Bei Angriffen von Wildtieren, egal welcher Art, unterscheidet man immer zwischen Angriffen, die der Verteidigung des Tieres dienen. Das heißt, man ist dem Tier zu nahe gekommen, hat das Tier unter Druck gesetzt, das Tier will sich wehren, will seine Ruhe haben und versucht den potenziellen Angreifer oder denjenigen, der ihm Angst macht, zu vertreiben. Das ist ein Verteidigungsangriff und es dient meistens nicht dazu, denjenigen, der angreift, zu töten, sondern einfach nur dafür zu sorgen, dass der abhaut. Das kommt auch bei Krokodilen überwiegend vor. Die meisten Krokodilangriffe sind Verteidigungsangriffe. Ein prädatorischer Angriff hat das Ziel, denjenigen, den man da angreift, tatsächlich auch zu töten und zu verspeisen, ist also so das typische Jagdverhalten. Das kommt bei Krokodilen ebenfalls hin und wieder mal vor, aber deutlich seltener als Verteidigungsangriffe. Also selbst ein Tier, das tatsächlich zu den potenziell gefährlichsten Viechern der Welt gehört, da muss man auf jeden Fall mindestens mal das Salzwasserkrokodil von Australien dazu zählen. Selbst dafür gibt es nur seltene Fälle, wo es wirklich zu prädatorischen Angriffen kommt. Das muss man sich also ganz klar machen. Also das Risiko vom Krokodil gefressen zu werden ist relativ gering. Übrigens Länder wie Australien, wo das Risiko vom Krokodil gefressen zu werden am höchsten ist, die stellen auch Warnschilder auf, Vorsicht, Krokodil und solche Späße an diese sollte man sich natürlich halten. Besonders gefährlich ist die Brutzeit und oder Paarungszeit bei den Krokodilen, weil die Männchen sind in der Paarungszeit besonders aggressiv verteidigen ihr Revier. Übrigens so ein Krokodilrevier, das hat so irgendwas zwischen 3 und 4 Quadratkilometer bei den Männlein und bei den Weiblein deutlich weniger und dann kommt es natürlich nochmal stark auf die Art an. Da findet man auch gar nicht mal so viele Informationen. Das ist zum Teil auch gar nicht so gut untersucht. Das heißt auf der Insel, die wir da jetzt gerade haben, von der Küstenlinie her, würden da sicherlich schon ein paar Krokodile draufpassen, rein vom Revier, aber schwer zu sagen, ob das wirklich für die lohnend wäre. Es wäre wie gesagt jedenfalls nicht genügend, um da eine stabile Population auszubauen, weshalb die Insel relativ uninteressant ist, spätestens wenn das Krokodil rausfindet, dass da niemand sonst ist und zu wenig Platz ist für viele. Dann wird es auf einmal uninteressant. Das merken die dann schon. Gut, Brutzeit oder Paarungszeit, wann die jeweils ist, das kann man jetzt bei so einem breiten Spektrum von verschiedenen Tieren und verschiedenen Krokodilgebieten weltweit schwer sagen. Das müsste man dann versuchen irgendwie halt vor Ort rauszufinden oder sich von den Einheimischen halt gerade sagen lassen, ob die nun ist oder ob die nicht ist. Da will ich jetzt also nicht mit irgendwelchen Zahlen um die Ecke kommen. Natürlich könnte man nachher auch eine Tabelle machen, aber ist auch gut, glaube ich. Krokodile brauchen Versteckmöglichkeiten. Das bedeutet, wenn es irgendwo weit und breit keine Möglichkeit gibt, sich zu verstecken, dann wird sich da, wo man sich nicht verstecken kann, auch kein Krokodil verstecken. Das ist also auch ganz, ganz wichtig. Sieht es also aus wie im Paradies mit himmlisch klarem Wasser, ohne jede Form von Alge oder Vegetation, unter der man sich vergriechen könnte, drin, dann ist da auch kein Krokodil. Also völlig unsichtbar machen können die sich auch nicht. sich bedroht fühlende Tiere, ganz egal welche Tiere, das gilt weltweit für so ziemlich fast jedes Tier, weisen erst mal irgendwie darauf hin, dass sie sich gerade bedroht fühlen und warnen häufig, bevor sie angreifen. Das tun auch Krokodile, in dem Fall zischen sie. Das sollte relativ gut zu hören sein. Dann ist wichtig, Hunde sind Futter, Hunde sind für so ziemlich jede Krokodilart, gerade so kleine Teppichbefeuchterhunde. Die sind ein ideales Futter und ein toller Snack für mal zwischendurch. Das heißt, wenn du einen Hund hast und der spielt am Wasser oder rennt zum Wasser, um da eben ein bisschen was zu trinken, ist die Chance, dass der hinterher weg ist, ziemlich hoch. Kinder, gleiches Phänomen, weil ein Krokodil unterscheidet da wahrscheinlich wirklich nur nach Körpergröße der potenziellen Bedrohung, die da gerade angelaufen kommt, beziehungsweise wenn die Bedrohung so klein ist, dass sie sich eben als Beute eignet, dann ist es gar keine Bedrohung, sondern genau das. Das habe ich auch schon gesagt, dass Kinder relativ häufig vom Krokodil gefrossen werden. Je kleiner man ist, desto höher die Chance, dass man vom Krokodil gefressen wird. Klingt grausam, ist aber so. In Krokodilsgebieten immer ausreichenden Abstand zum Wassereinhalten, wenn man da lagern möchte, in irgendeiner Form von Outdoor-Übernachtung. Das kann jetzt eine Hängematte sein, das kann ein Zelt sein, das kann ein provisorisches Lager sein, das momentan noch nicht besonders wasserdicht ist. Ist vollkommen wurscht, was für eine Form von Lager. Man sollte damit einen gewissen Abstand zum Wasser einhalten, wenn man dann Angst vor Krokodilen hat und eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Krokodilen herrscht. Im Fall von zum Beispiel des Heaven vs. Waldinsel, ich hätte mir keine Sorgen um Krokodile gemacht, selbst wenn mal welche da gewesen sind. Die Chance, dass die noch mal wiederkommen und am jeweiligen individuellen Platz aufkreuzen, das ist so unglaublich gering. Da muss man auch jedes Mal einen Helm aufziehen, wenn man über die Straße geht, wenn man vor solchen unwahrscheinlichen Szenarien Angst hat. Trotzdem kann man sich natürlich davor schützen und trotzdem kann man auf Nummer sicher gehen und gerade in einem Survival-Szenario ist jedes bisschen extra Vorsicht auf keinen Fall eine wirklich, wirklich schlechte Idee. Wie gesagt, ich hätte es nicht gemacht, ich will mich aber auch in keinster Weise über jeden, irgendjemanden lustig machen, der tatsächlich da ein bisschen Angst vor Krokodilen hatte. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, ganz, ganz wichtig. Dann sollte man ebenfalls nicht in der Nähe des Wassers Essensreste liegen lassen und schon gar nicht Fleisch oder Knochen oder irgendwie sowas in diese Richtung und sicherheitshalber würde ich auch empfehlen, nicht direkt am Wasser zu kochen, Nahrung zuzubereiten oder irgendwas anderes zu machen, was hinterher lecker riechen könnte und für das Krokodil möglicherweise anziehend wirkt. Es ist zwar hochgradig unwahrscheinlich, aber es könnte vorbeikommen und mal gucken, was das gewesen ist und vielleicht dann möglicherweise doch einer dieser super unglaublich seltenen Angriffe eines Krokodils an Land möglicherweise stattfinden. Also das ist mehr so ein Punkt zur Vollständigkeit und weniger was realistisch wäre. Wenn man Krokodile sieht, sollte man Abstand halten. In vielen Fällen liegen die ja gerade tagsüber irgendwo entspannt rum und sonnen sich. Häufig ist es übrigens auch so, das habe ich noch bisher vergessen zu erwähnen. Krokodile brauchen nicht viel Nahrung. Die essen normalerweise so ein Beutetier pro Woche als Durchschnittskrokodil. Je nachdem, wie groß oder klein das Beutetier ist, auch ein bisschen mehr beziehungsweise ein bisschen weniger. Zum Beispiel die ganz, ganz großen 4 Meter Viecher oder noch länger, die würden ungefähr die Menge eines Rehs pro Woche benötigen. So ungefähr kann man das Pi mal Daumen sich vorstellen. Und wenn sie das kriegen, dann ist gut. Gut, wenn sie das nicht kriegen, brauchen sie ein bisschen mehr. Wenn sie stattdessen vier Touristen gegessen haben pro Woche, dann brauchen sie halt drei Wochen lang nichts mehr. Irgendwie so in diesem Stil geht das ungefähr. Wobei man das eben auch auf die Art runterbrechen müsste und das nur so ganz pauschal zu sagen, bisschen schwierig ist. Genau. Wenn man also ein Krokodil sieht, immer schön Abstand dazu halten. Das gilt ja für jedes potenziell wehrhafte Wildtier. Das geht bei dem Highland-Kettle, also die berühmte Schottland-Kuh mit den großen Hörnern los und hört beim Bär mit Sicherheit nicht auf. Aber das sind nur so ein paar Beispiele, wo man wirklich einen gewissen Respekt vor den Tieren haben sollte. Und grundsätzlich ist es ohnehin nie falsch, zu Wildtieren, egal welcher Art, um die Tiere nicht zu stören, um die Tiere nicht zu beunruhigen, einen gewissen Abstand zu halten, sofern man sie dann sieht und diesen Abstand auch wirklich einhalten kann. In vielen Fällen weiß man ja gar nicht, wo das Tier ist und ob überhaupt ein Tier da ist. Aber wenn man es sieht, dann Abstand halten. Im Wasser mit Krokodilen nicht zappeln, schreien, schlagen. Das dient dazu, nicht allzu sehr wie etwas ins Wasser gefallen, auszusehen, was im Wasser nichts zu suchen hat. Weil je unqualifizierter man sich im Wasser bewegt, desto eher sieht man aus wie Beute. Diese Empfehlung gibt es übrigens auch in verschiedener Survival-Literatur zu Haien. oder ja eben anderen Tieren, die einem im Wasser möglicherweise gefährlich werden könnten, dass man da generell einfach nicht den Eindruck erwecken sollte, im Wasser überhaupt nichts zu suchen zu haben. Ob das dann im Endeffekt hilft, weiß ich nicht, aber die Empfehlung liest man immer mal wieder und sich daran zu halten, kann ja nicht schaden. Davon abgesehen, wenn man unabsichtlich in den Krokodil verseucht, das in großen Anführungszeichen, Krokodile sind keine Seuche, das sind sehr sympathische Wesen, zumindest bis sie einen beißen. Aber sollte man in so ein Gewässer reinfallen und dann die Ruhe zu behalten, mag vielleicht schwierig sein, aber im Zweifel wäre es sicherlich besser, als da durchzudrehen. So, und dann angeblich sollen Krokodile an Land nur in Anführungszeichen 17 kmh schnell sein. Das ist ausnahmsweise mal ein Wildtier, vor dem man wegrennen kann und eine gewisse Chance hat, das auch zu schaffen. 17 kmh, das ist schon ordentlich, aber wenn du tatsächlich ein schneller Läufer bist, hast du da eine gewisse realistische Chance, dem Krokodil tatsächlich davon zu laufen. So ein Krokodil ist auch nicht besonders geländegängig und kann nicht über große Hindernisse einfach mal eben so drüber springen und solche Späße. Das heißt, eine vegetationsreiche Ecke, wo du als Mensch mit langen Beinen möglicherweise dann tatsächlich sogar schneller durchkommst, als das ein Krokodil kann, das über alles erst mal recht umständlich drüber steigen muss und über viele Hindernisse wahrscheinlich durch seine Anatomie gar nicht groß drüber kommen wird, kann da also hilfreich sein. Und in älterer Literatur findet man hin und wieder den Hinweis, zickzack zu laufen wäre eine gute Idee. Das halte ich für Blödsinn, weil so ein Krokodil nicht so aussieht, das hätte Schwierigkeiten mit Kurven. Das macht ja Krokodilanatomie nicht her. Eine gewisse Kurvenuntauglichkeit, daher ja, ja, warum nicht geradeaus rennen? Wir sind geradeaus am schnellsten, das Krokodil ist geradeaus vielleicht auch am schnellsten, aber wenn du geradeaus rennst, könntest du diese 17 kmh, sofern das dann stimmt, tatsächlich überbieten und bist dann schneller als das Krokodil und entkommst ihm. Und wenn du Schaken schlägst, bist du auf jeden Fall deutlich wahrscheinlicher, langsamer als das Krokodil, würde ich zumindest so sehen. Und das tut auch die jüngere Survival-Literatur, was die Krokodilsvermeidung angeht. So, wenn es beißt und loslässt, dann war das ein sogenannter Verteidigungsbiss, der soll also nur dazu dienen, dich zu vertreiben, das ist dem Krokodil hoffentlich auch gelungen und du lässt dich zum nächsten Arzt vertreiben und verarzten, weil der Biss mag an sich erstmal gar nicht so schlimm sein, je nachdem wie groß das Krokodil ist, sind die Zähne ja gar nicht mal so riesig. Der reine Druck des Bisses sorgt einfach nur dafür, dass man nicht wegkommt, wenn es nicht loslässt. Und ansonsten, ja klar, die sind schon schmerzhaft und die können auch fiese, böse Wunden verursachen, die Bisse von einem Krokodil, aber das sind bloß Steckenbleibzähne. Die Zähne reißen nicht, sondern machen nur kleine Löcher, in Anführungszeichen. Ja, kleine, tiefe Löcher und das wird auch hinterher möglicherweise massiv bluten, gerade wenn es irgendwelche Arterien oder ähnliche Späße erwischt hat. Aber das lässt sich schon relativ gut überleben, weshalb es auch eine hohe Statistik von Leuten gibt, die vom Krokodil gebissen wurden, aber das Ganze überlebt haben und hinterher ist es auch einigermaßen gut verheilt. Klar, Narben behält man, aber ansonsten passt das. Das Infektionsrisiko ist natürlich noch ein großer Faktor. Nach so einer Verletzung wird man mit Sicherheit eine Infektion davontragen, wenn es nicht durch den Krokodilbiss als Seuchen ist. So ein Krokodil ist jetzt nicht super steril. Dann spätestens hinterher, wenn man dann noch ein paar Tage braucht, bis man zum Arzt kommt und sich vorher irgendwo im Dschungel zum Beispiel Krokodil aufgehalten hat, dann wäre das auf keinen Fall eine gute Idee, da allzu lange zu warten, bis man sich dann um eine professionelle Wundversorgung bemüht. Ja, und wenn das Krokodil nicht loslässt, dann viel Glück, ne? Weil dann sieht es dich als Beute an und je nachdem, was für ein Krokodil es dann ist, ist das ein bisschen doof. Wobei natürlich auch da gibt es wieder Tipps im Sinne von, hat man ein Messer dabei, dann springt man dem Krokodil auf den Kopf und rammt es in den selbigen, so wie das Krokodil Dundee ein Krokodil Dundee 1 macht. Dann braucht man aber auch ein richtiges Krokodil Dundee-Messer natürlich. Hat man kein Messer dabei, dann kann man immer noch versuchen, mit was auch immer zur Verfügung steht, auf die Augen des Krokodils loszugehen, in der Hoffnung, das ist nämlich wirklich der schwächste Punkt vom ganzen Krokodil, dass es bei einer Bedrohung seiner Augen oder bei einer Verletzung seiner Augen loslässt und versucht, sich zurückzuziehen und sich in Sicherheit zu bringen. Das ist durchaus realistisch. Krokodile sind zwar nicht die schlauesten Tiere weltweit, aber so blöd sind sie auch nicht, dass wenn sie merken, dass sie sich hier gerade eine Verletzung zuziehen, nicht doch auch die Beute loslassen würden und sich zurückziehen. Im Regelfall. Andere empfindliche Punkte des Krokodils sind tatsächlich diese Trennhaut im Rachen, die eben Nase von Mund sozusagen trennt und dann das Atmen mit vollem Mund erst ermöglicht. Diese Haut ist auch sehr empfindlich und kann, wenn das Krokodil sein Maul weit offen hat und man drin steckt, möglicherweise auch ganz gut angegriffen werden. Insbesondere, wenn der Arm drin steckt und man im Arm noch das Krokodil dann die Messer hat, mit dem man gerade versucht hat, das Krokodil aufzuspießen. Ja, aber das sind so die beiden verwundbaren Punkte. Viel mehr verwundbare Punkte gibt es nicht. Die Viecher heißen nicht umsonst Panzerechse. Da bräuchte man also wirklich schon, muss man mit gezogenem Messer oder Machete eben am Wasser stehen und in so einer Situation, da komm, das ist jetzt, jetzt wird es bekloppt. Ja, wenn man der Sascha Huber ist, dann kann man das Krokodil natürlich, den Krokodil Maul natürlich auch einfach damit aufsprengen, indem man seinen Bizeps anspannt. Ja, dann wird das Krokodil Maul selbstverständlich sofort auseinandergerissen und das Krokodil stirbt wahrscheinlich noch, weil es sich den Kiefer bricht, weil es diese gewaltige Muskelmasse selbstverständlich nicht ganz schlucken kann. Ja, für alle anderen bleibe ich bei viel Glück. So, und damit sind wir tatsächlich durch. Ist, glaube ich, lang genug. Ich kann heute Nacht jetzt wieder beruhigt schlafen, nachdem ich ganz viel zum Krokodil erzählt habe und hoffentlich keiner mehr das Gefühl hat, dass ich keine Ahnung von Krokodilen hätte. Hoffentlich, wenn doch, ist es mir jetzt egal, weil ich glaube, das reicht einfach an der Stelle. Ich bedanke mich. Vielleicht war ja doch ein bisschen was Interessantes dabei. Ansonsten bis zum nächsten Mal und nach der nächsten Folge von Seven vs. White würde ich dann wahrscheinlich auch wieder was zu sagen haben. Aber tatsächlich war Folge 3 jetzt nicht mit so viel gespickt, wo ich unbedingt was zu sagen hätte müssen. Daher gab es da auch keine klassische Reaktion, beziehungsweise eben nicht, sondern ein Kommentar meinerseits. So, also, macht's gut und tschüss.